Ja, hi, ich bin der Andy Borland, eigentlich Andreas von Pimplitzkid. Ich spiele Gitarre und mein letzter Ohrwurm war das Intro und das Strophenriff von Sum41, Fat Lip. Ja, ich bin der Richard Veith, der Sänger-Rapper von der gleichen Band. Ich mache auch eigene Musik und viele andere Kram. Ich bin eigentlich Spieleentwickler von Beruf, Papa, Laper, Vermieter, alles Mögliche. Und mein letzter Ohrwurm war von KZ Applaus. Jo, herzlich willkommen. Danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit am Start seid. Freut mich mega, dass wir heute ein bisschen miteinander quatschen können, vor allen Dingen als großer Limp Bizkit-Fan. Ich sehe euch auch live nächste Woche hier in Düsseldorf. Ich habe wahrscheinlich tausend Fragen, aber wir versuchen es einfach mal auf eine bis anderthalb Stunden runterzubrechen. Fangen wir einfach mal damit an, dass ich euch frage, ob ihr euch noch erinnern könnt, wann ihr zum ersten Mal Limp Bizkit gehört habt. Alter, absolut keine Ahnung. Ich glaube, das hat angefangen, als ich angefangen habe, selbst Musik zu machen mit 18 und mit Linkin Park. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und wahrscheinlich habe ich es zum ersten Mal im Proberaum gehört, bei meinen Bandmates damals. Das sind ja viele Bands damals dann auf mich eingeprasselt zu der Zeit. Also wahrscheinlich würde es im Proberaum gewesen sein, ja. Ich kann mich da noch ziemlich konkret dran erinnern und das müsste 2000 gewesen sein, vielleicht auch 99. Zu dem Zeitpunkt war ich 10, 11 Jahre alt und ich habe mir viel Musikfernsehen reingezogen. Da gab es damals noch Viva 2 oder Viva Plus und da lief auch immer an einem Wochentag, 20 Uhr glaube ich, immer so für eine Stunde, lief da immer so eine Sendung mit Heavy Music. Da war Break Stuff gerade aktuell und der Videoclip davon lief. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich zu der Zeit irgendwie komplett gecatcht. Also so ein Sound, also mit 10, 11 kann man sowieso nicht wirklich sagen, dass man irgendeinen Sound gehört hat oder irgendwie das so bewusst wahrnimmt. Aber das hat mich komplett gecatcht irgendwie. Und dann nicht viel später kam auch schon die Chocolate Starfish in Hot Dog Flayed Water mit Take a Look Around als große Single, Mission Impossible Soundtrack. Und da ging das dann weiter und da habe ich dann auch wirklich Limp Bizkit bewusst gehört. Und das war auch eine von den wirklich ersten harten Bands, die ich gehört habe. Also auf jeden Fall wegbereiter für meine komplette musikalische Laufbahn als Hörer und auch selbst als Instrumentalist irgendwie. Mit Ausnahme dessen, dass ich nicht Musiker geworden bin, klingt das eigentlich genauso nach meiner Jugend. Also es war wirklich exakt das Gleiche. Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen Metallica vorher noch mitbekommen, also aus dem Rock-Metal-Bereich. Ich glaube, die haben kurz davor oder danach ihr Symphony-Ding da durchgezogen. Und so bin ich überhaupt erst so Richtung Rock gekommen. Und dann hat man irgendwie alles gehört. Und ja, Limp Bizkit war halt einfach komplett fresh, was komplett Neues irgendwie, was es so noch nicht gab. Und halt mega interessant. Und wie du sagst, ich glaube, Break Stuff war tatsächlich auch so mein Eye-Opener. Aber das war, glaube ich, bei vielen so, weil das der erste Song ist, glaube ich, der so durch die Decke gegangen ist. Jetzt seid ihr beide, ich würde mal behaupten, zur selben Zeit auf Limp Bizkit aufmerksam geworden wie wahrscheinlich die meisten Nicht-Amerikaner. Könnte sein, dass es in Amerika vielleicht sogar noch ein bisschen früher losging, das weiß ich nicht. Aber wie seid ihr als Band dann entstanden? Entstanden? Was ist, also was muss da alles zusammenkommen, dass so fünf Leute denken, es wäre jetzt richtig geil, ein Biscuit zu covern? Oder beziehungsweise eine Tribute-Band zu machen? Also da kann jetzt der Rich, kann jetzt, kann da tatsächlich nichts dazu sagen, weil er unser zweiter Sänger ist. Er ist nicht originales Mitglied. Die Band ist entstanden aus meiner ersten Band, die ich überhaupt hatte. Ich habe da zu dem Zeitpunkt, habe ich vielleicht ein oder zwei Jahre Gitarre gespielt. Das war 2007. Da bin ich zu einer Band gekommen, die bei uns im Dorf geprobt hat. Da war unser jetziger Schlagzeuger und unser alter Sänger war dort dabei. Und wir haben so Alternative Hard & Heavy Cover gespielt. Bis 2012 haben wir das in relativ kleinem Umfang, hatten wir das gemacht, hatten auch jetzt nicht riesig viele Shows. Aber es war so eine Konstante und zwar in dem ersten Jahr, wo wir den ersten Auftritt hatten, haben wir beim Open Air in unserer Region gespielt. Das hieß Rock im Dal. Und die fanden das so gut, also uns alle zwei Jahre haben die uns ins Line-Up genommen. Weil wir da gut Anklang gefunden haben, haben wir da auch immer bessere Spielzeiten bekommen. Also ja, 2007 erstmal irgendwie mittags gestartet im Hellen. 2009 nochmal ein bisschen später, 2011 dann direkt vom Headliner. Und dann ist das Projekt ziemlich eingeschlafen, weil wir auch andere Projekte hatten zu der Zeit. Und wir sind aber für 2013 nochmal gefragt worden, ob wir nochmal bei dem Festival spielen. Haben wir zugesagt, so aus Traditionswegen. Haben dann aber schon, als wir dann nach Ewigkeiten nochmal geprobt haben, festgestellt, dass keiner von uns drauf Bock hat, diese Kunterbunt-Cover zu spielen. Und wir hatten schon, nicht immer, aber in den letzten paar Jahren, wo wir das gemacht hatten, hatten wir schon immer ein paar Limp Bizkit-Songs im Set. Und zwar hatten wir My Generation, ich glaube Break Stuff und... Wow, der dritte Song fällt mir gerade tatsächlich nicht mehr ein. Auf jeden Fall hatten wir ein paar Songs im Set und das war auch irgendwie so die Quintessenz von uns allen. Da sind wir dann auf die Idee gekommen, ja, ich weiß gar nicht mehr wie genau. Ja, wenn wir die Show spielen, ey komm, wir machen einfach ein komplettes Limp Bizkit-Set. Ja, weil das halt einfach so gut funktioniert. Das haben wir auch super gut rübergebracht in der Konstellation. Und da war schnell die Begereistung dafür da. Das war das Umsetzen und dann ist das Ganze gewachsen. Also unser Bassist, der auch immer noch dabei ist, war schon in der Konstellation dabei. Unser Schlagzeuger, unser alter Sänger, unser damaliger und ich an der Gitarre. Dann sind wir aber schnell auf den Trichter gekommen. Moment, Limp Bizkit, da gehört auch noch ein DJ dazu. Und dann haben wir einen Freund von der Band gefragt, der auch musikalisch ist, jetzt mit DJing noch keine vorher Erfahrung hatte. Aber der Bock drauf hatte und sich das drauf schaffen wollte. Und der hat auch zugesagt und kam dann letztendlich zu dem Projekt dazu. Und als das dann soweit lief, haben wir auch gesagt, ey, jetzt werden wir schon das ganze Set haben und auch die Besetzung. Ziehen wir uns auch noch an wie die und geben uns einen eigenen Namen für die Show. Und dann haben wir auch das, ohne das beim Veranstalter anzukündigen, haben wir nur gesagt, ja, wir kommen mit einer Überraschung. Haben wir dann an dem Showtag, das war glaube ich der 24. Juli 2013 war das, meine ich, haben wir dann erstmal vier Songs ganz normal gespielt. Ja, mit normalen Klamotten, ohne irgendwas Besonderes, haben wir dann das kurze Set mit Killing and the Name of von Rage Against the Machine abgeschlossen. Und dann gab es den großen Umbau, ja, so wie so ein Kokon, der schlüpft. Ja, kamen wir dann nochmal auf die Bühne, komplett umgezogen. Haben einen Banner hinten enthüllt, ja, mit dem Namen Pim Blitzkit. So, dass auch optisch schon klar war, was passiert. Und dann haben wir da elf, zwölf Songs in dem Biscuit-Set runtergeholzt. Und haben danach einfach so krass positive Reaktionen darauf bekommen. Und auch schon am gleichen Abend die erste Anfrage dann noch von einem anderen Festival, wo ein Organisator da vor Ort war. Ja, und ja, so ist das Ganze entstanden. Der Rechts ist Geschichte. Also, du hast jetzt direkt schon mehrere Sachen angesprochen, auf die ich, da werde ich gleich auf jeden Fall noch ein paar Fragen zu haben. Was ich immer mache, am Anfang jeder Folge haben wir diese ganz, ganz kleine kurze Rubrik, auf die ihr jetzt einfach gleich blitzschnell sozusagen antworten müsst, als ob euer Leben davon abhängt. Die heißt einfach nur Verhör aus der Kalten und das ist so eine Entweder-Oder-Frage. Also, ich sage euch einfach zehn Begriffe, Entweder-Oder und ihr müsst wirklich so, als ob euer Leben davon abhängt, einfach nur kurz sagen, für wen oder was ihr euch entscheiden würdet. Ohne Erklärung, ich erläutere auch gar nicht, warum ich jetzt auf diese zehn Fragen gekommen bin, sondern eventuell ergibt sich das dann später noch aus dem Talk heraus sozusagen, ja. Okay, schießen wir los. Korn oder Slipknot? Korn. Korn. Hip-Hop oder Rock? Hip-Hop. Rock. Open Air oder Halle? Open Air. Halle. Obwohl es schwierig ist, ne? Es ist schwierig, schwierig. Es kommt auf die Perspektive an. Dein Leben hängt davon ab. Okay, dann Open Air. Die Halle ist safer als das Open Air. Ich bin davon umgeschützt. Wenn das Leben davon abhängt, ja. Alligator oder Gold Cobra? Was? Was? Alligator oder Golden Cobra? Alligator. Golden Cobra. Neues Slim Biscuit-Album oder mehr neue große New Metal Bands? Mehr neue große New Metal Bands. Fucking hell. Mehr neue große New Metal Bands. Oh, spannend, okay. Britney Spears oder Christina Aguilera? Britney Spears. Christina Aguilera. New Metal auf Deutsch oder deutscher New Metal auf Englisch? Deutscher New Metal auf Englisch, ganz klar. Beides. Mit ein bisschen deutschen Passagen drin. Ja, ich bin bei ihm. Okay, alles klar. Limp Bizkit Cover oder Limp Bizkit Tribute? Limp Bizkit Tribute. Limp Bizkit Tribute. Walkman oder Discman? Discman. Discman. Viva oder MTV? Viva. MTV. Ah, spannend, okay. Krass, es gab gar nicht so viele Überschneidungen, wie ich jetzt erwartet hätte. Aber gut, kommen wir gleich auf jeden Fall drauf zu sprechen. Dafür habe ich ja die Rubrik. Da habt ihr mir direkt noch ein paar Türen geöffnet. Perfekt. Ja, ein Liebespaar muss ich ergänzen. Das muss nicht alles gleich sein. Genau, genau. Darum geht's quasi. Das muss passen. Schauen wir mal ein bisschen ins Private. Ihr macht Pimp Blitzkit, oh Gott, Zungenbrecher. Ihr macht Pimp Blitzkit ja nicht hauptberuflich. Du hast eben schon erwähnt, dass du Gamer bist. Aber erzähl gerne mal, was so die ganze Truppe, also wo kommt ihr eigentlich so her? Was sind diese fünf Leute, die durch Deutschland Touren und Limp Bizkit spielen? Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit denen, die gerade nicht anwesend sind. Unser DJ, der Nico, arbeitet auf der Stadtverwaltung in Mainz, irgendwie im Rechnungswesen. Ich weiß auch nicht genau, was er da macht. Ich glaube, im Bereich für Forstwirtschaft. Unser Schlagzeuger, der Luke, ist Schlagzeuglehrer an der Musikschule. Und unser Bossist, der Chris, ist, was auch natürlich nur ein Pseudonym ist, den nennt jeder mit seinem uralten Spitznamen, ist, ja, eigentlich müsste man sagen, er ist so ein bisschen lebenskünstler, ein solider Lebenskünstler. Allrounder. Der hat sehr viele, ja, der hat viele, sehr viele Fähigkeiten, kann auch technisch unheimlich viel und bestreitet seinen Lebensunterhalt letztendlich mit Programmierung. Also, es ist ein freiberuflicher Programmierer und zusätzlich auch noch Instrumentallehrer. Er errichtet Gitarre und Bass. Ja, und du? Ah, ja, mich gibt's auch noch. Ich arbeite bei einer Fertighausfirma in der Kundenbetreuung. Könnt ihr das, oder offensichtlich könnt ihr es ja, ihr macht es ja schon lange, aber wie lässt sich das vereinbaren mit Privatleben? Wann habt ihr euch entschieden, dass das immer so parallel weiterlaufen kann? Ja, das ist eine sehr dynamische Sache. Und gerade auch stark im Wandel. Also, während der Corona-Zeit ja zum Beispiel nicht viel passiert. Klar, wie bei niemandem. Aber jetzt zum Beispiel habe ich meinen Job auch wieder reduziert. Ich arbeite freitags gar nicht mehr, damit ich auch mal Urlaub habe und ein bisschen mein Kind sehe, weil wir so viel unterwegs sind. Und auch mit der eigenen Musik und auch noch viel. Da ist das nicht möglich, ohne ein bisschen an beruflich Abstriche zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass es sich seit kurzem anfängt, aus diesem Bereich zu bewegen, dass man nur drauflegt, sage ich mal. Dass man halbwegs sagen kann, dass sich ein Auftritt tatsächlich auch fast lohnt. Aber dazu möchte ich auch eine Lanze brechen für alle Berufsmusiker, also vor allem Live-Berufsmusiker. Ich nenne da jetzt keine Zahlen oder Menschen, aber ich kann dir garantieren, dass die Bands, die du geil findest, niemand lebt davon. Ja. Also sehr, sehr wenige leben davon. Und die, die davon leben, die leben ein lotter Leben. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Leben von der Musik zu leben. Also wenn man Live-Musiker ist. Das ist auf einem Niveau erst dann lohnend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wenn du so große Hallen mit tausenden von Menschen jeden Tag voll machst, dann kannst du anfangen davon zu leben. Und dann auch nur, wenn du da nicht deine eigene Musik schreibst. Also das ist absurd, wie krass das ist, was die Leute da ein falsches Verständnis für haben. Ja, es ist immer noch mehr Hobby. Auch wenn es jetzt anfängt, sich mal aus dem sich nicht lohnenden Bereich rauszubewegen. Aber es ist immer auch ein Abstrich am Privatleben und am Beruf. Ganz klar. Ich nenne das immer so den Trichter, dass im Endeffekt von 100 Leuten, die du in diesen Trichter wirfst, werden am Anfang wahrscheinlich zwei, drei unten rausfallen, die man dann wirklich als so finanziell komplett unabhängig bezeichnen kann, die es dann wirklich so packen. Ich habe tatsächlich vor kurzem auch so einen Instagram-Post gesehen von, oh Gott, ich will sie jetzt nicht durcheinanderwerfen. Ich glaube, es war ein Merzfeld, die ursprünglich, glaube ich, auch als Rammstein-Tribute-Band unterwegs sind, unter anderem anderen Namen. Jetzt komme ich allerdings gerade in... Siehst du, dann brauche ich ja gar keine Namen zu nennen. Dann hast du ja genau ein perfektes Beispiel schon genannt. Die leben nämlich davon, ja. Ah, die leben davon, siehst du. Und genau da habe ich nämlich dann so Posts wahrgenommen, wo mal so zwei, drei Gigs dabei sind, die dann so ganz kurzfristig abgesagt werden mussten und so. Und da dachte ich schon, scheiße, das muss echt kacke sein. So für den Hörer oder für den Kartenzahler ist das so ein Problem für fünf Minuten wahrscheinlich. Und ja, keine Ahnung. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, während der Corona-Zeit hat man das auch richtig krass mitbekommen. Oder kurz nach Corona sozusagen, nach den Lockerungen sozusagen, hat man das auch noch richtig mitbekommen, dass sich das auch noch mal so ein bisschen verschiebt, was so Tickets angeht. Das habe ich mehr über Festivals selber jetzt mitbekommen, aber trotzdem. Also Leute waren am Anfang richtig wild drauf und relativ schnell wurde dann klar, oh fuck, Inflation, Tickets werden auch nicht günstiger und so weiter. Auf einmal ging die Welle wieder zurück sozusagen. Aber ich wollte ganz kurz noch so im Privaten bleiben, weil es mich einfach interessiert. Ihr habt ja beide auch schon angedeutet, dass ihr vorher schon mit Musik zu tun hattet, Musik gemacht habt. Was für Musik hört ihr privat? Ich höre privat, ja, hört man eigentlich irgendwas beruflich. Nee, aber ich höre alles Mögliche mit ausschließlich, genau. Nee, ich höre überwiegend alles, was irgendwie mit Gitarre zu tun hat, überwiegend hart. Ich bin aber grundsätzlich aufgeschlossen für alles an Stilrichtungen. Ja, da ist auch in den letzten Jahren viel so Retrogramm, so Synthwave ist dazugekommen, wo ich entdeckt habe, dass es eine komplette Szene gibt. Ich höre auch gerne guten Rap. Ja, gut ist natürlich dann immer relativ, aber da gibt es jetzt in anderen Genres, gibt es jetzt nicht wirklich Bands oder einzelne Interpreten, die ich jetzt so irgendwie kontinuierlich höre. Ja, wo ich jetzt sage, hier, da ist jetzt ein großer Teil der Diskografie, die ich mir jetzt irgendwie reinziehe. Ich sage immer, ich mag alles, was langsam und tief ist, ob das jetzt Metal ist oder Hip-Hop. Ja, es ist, was ist. Aber es hat natürlich alles seine Zeit, ne? Und ja, da kann auch mal was Schnelleres dabei sein und was Härteres, auch mal was Sanfteres, aber meistens eher tief und langsam. Das haben wir jetzt gerade, wie jeder andere auch in der Szene, viel bei Sleep-Token hängen geblieben, aber ja, auch viel Hip-Hop. Wie gesagt, alles, was langsam und was tief ist, es holt mich ab. Ja, ich versuche auch mal ein bisschen up-to-date und modern zu bleiben, genau, auch für die eigene Musik und so. Ich verfolge immer, ich weiß auch gar nicht, irgendwann bin ich einfach in, ich glaube, das war auch während der Pandemie, bin ich dank YouTube, glaube ich, auch auf viele neue Musik noch gestoßen, die ich vorher gar nicht kannte. Seitdem, also Sleep-Token ist zum Beispiel so ein Fall, ich nenne die immer, das meine ich gar nicht abwertend, YouTube-Band, aber das liegt einfach nur daran, dass ich Sleep-Token über diese ganzen krassen Reaction-Videos und die Klickzahlen von deren eigenen Songs und Videos auf Sleep-Token gestoßen bin und dann dadurch eben dann auch so andere Bands kennengelernt habe. Ist auch eine geile Band. Wie viele Limbiscuit-Fans gibt es im Freundeskreis und in der Family, wenn das sozusagen Teil des Alltags ist? Null? Im Freundes... Also außerhalb der Tribute-Band, ziemlich genau null. Echt, das ist interessant. Also bei mir im Freundes-Bekanntenkreis gibt es da tatsächlich sehr viele. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass der Rich und ich schon einen kleinen Altersunterschied haben und bei mir das halt volle Granate halt präsent war. Ja, um die Jahrtausendwende. Und ich auch sowieso schon immer irgendwie Freundeskreismäßig einen Background hatte, der auch im Hard- und Heavy-Bereich irgendwie angesiedelt war. Das ist bei ihm, denke ich, einfach ein bisschen anders. Aber bei mir ist das tatsächlich, also da guckt mich keiner fragend an, wenn ich irgendwas von Limbiscuit erzähle. Wobei ich ab und zu mitbekomme, jetzt auch von jüngeren Arbeitskollegen oder auch von Freunden von meinen Geschwistern zum Beispiel, die ein gutes Stück Jünger sind. Und die kennen das dann teilweise gar nicht. Obwohl es ja gerade eine Renaissance erlebt, irgendwie gefühlt. Ich wollte euch nämlich gerade fragen, Limbiscuit gab es ja wirklich lange Zeit gefühlt gar nicht. Zumindest jetzt so in der Popkultur, weil sie auch einfach lange nichts haben von sich hören lassen, außer vielleicht auf ein paar Konzerten noch. Ich habe sie komischerweise immer dann gesehen, wenn man lange nichts Neues von ihnen gehört hat. Aber jetzt gerade gehen die ja richtig durch die Decke mit ihren Lula-Palooza-Videos und vorher natürlich dann auch dank dieser ganzen Dead-Vibes-Geschichte und so. Also ich finde das schon ganz interessant, dass die jetzt wieder auftauchen. Halt auch bei Alligator jetzt gefeatured, bei Wargasm gefeatured, zumindest Fred Durst und so. Und ich frage mich, ob die jetzt gerade, ja wie du schon sagst, so eine Renaissance erleben, ob die jetzt gerade wieder cool werden. Ob die jetzt gerade so sozusagen ihre Retro-Welle kriegen. Ich glaube, das ist allgemein Crossover. Also das ist gerade eine Renaissance. Also es gab ja diese Tendenz in der Hip-Hop-Szene, sehr harte Musik, diese Black-Metal-Hip-Hop-Sachen, Ghostmain-mäßig. Was eine Weile ja echt populär war, wo der Hip-Hop wieder richtig hart wurde mit dieser Fonk-Geschichte, wo alles übersteuert war und so. Und ich glaube, da kommt das her. Und ich meine, gerade in Deutschland, mit der Blase, mit der wir uns dann vielleicht befinden, da kommt das ja immer alles irgendwie fünf Jahre später rübergeschwappt. Vielleicht ist es auch das, was wir empfinden. Das ist mal schwer zu sagen, aber das ist, glaube ich, was ich, also das ist, was ich glaube. Dass das einfach so die konsequente Weiterentwicklung von diesem Metal-Rap war. Also es war ja dann lange Zeit jetzt kein Rap-Metal, sondern Metal-Rap sozusagen. Und ich glaube, das ist dann einfach, deswegen auch diese Wargasm-Geschichte, glaube ich. Ja, das ist ja auch eher, geht ja auch in diese Richtung. Ja, stimmt, das kriege ich, also die Bands, die mir da so einfallen jetzt, die so in den letzten Jahren zumindest mir jetzt immer in den Algorithmus geschossen wurden, waren dann so Sachen wie Machine Gun Kelly, Falling in Reverse. Also alles, was irgendwie, muss gar nicht immer nur Rap-Metal gewesen sein, sondern einfach Metal mit irgendwas anderem zusammen, sozusagen. Egal, ob das jetzt Electric Cowboys sind, die da irgendwie ihre Synthies reinballern und einen auf Scooter machen. Oder, weiß ich nicht, From Ashes to New, von denen ich, glaube ich, am Anfang auch noch ganz andere Musikerinnerungen habe, als das, was die jetzt machen. Ja, auf jeden Fall spannend, weil, also ich würde mich jetzt als New-Metal-Fan bezeichnen, ohne mich jetzt aber festlegen zu wollen, was ist Rap-Metal, was ist New-Metal und so weiter. Also da bin ich jetzt relativ offen, was das angeht. Aber gehen wir nochmal zurück zur Band, was ich mich immer frage, gerade bei Tribute-Bands, Stichwort Urheber und Patente. Was darf eine Tribute-Band und wo gibt's da Grenzen? Also letztendlich ist eine Tribute-Band, wenn man es rein musikalisch betrachtet, ist es ja einfach nur eine Cover-Band. Das heißt, der Veranstalter kümmert sich, wie bei jeder anderen Musikveranstaltung drum, dass GEMA irgendwie was davon hat und abgeführt wird. Ansonsten ist, so gesamtübergreifend, ist natürlich wichtig oder sollte man beachten, dass man zwar Artworks nah irgendwie am Original hält, aber dort möglich nichts von verwendet. Sonst könnte das theoretisch schon wahrscheinlich dazu führen, dass man irgendwann mal in einem Abmahnanwalt vor der Tür steht und sagt, hier ist irgendwas urheberrechtsmäßig verwendet worden, wo wir keine Lizenz dafür haben. Aber da, genau, also im Prinzip gibt's da keine Schnittmengen, ja. Die verwenden nur eine ähnliche Schriftart für das Logo, wobei sogar das Bild, also hier dieses Icon mit dieses weißem Männlein mit rot-blauem Hintergrund. Und wenn man genau drauf schaut, ist das nicht die Figur vom Logo, sondern ein modifiziertes Foto von unserem alten Sänger, der so komisch tatsächlich in dieser Pose da steht, in der ähnlichen. Es hat eine ganz andere Kontur letztendlich. Ansonsten gibt's da jetzt, also zumindest haben wir noch keine Erfahrung damit gemacht, dass man irgendwo jetzt eine Erlaubnis einholen müsste, um eine rote Kappe zu tragen oder so irgendwas, ja. Ja, okay, ich glaub auch, ich glaub das, was die Merkmale gerade von Fred Durst am Anfang waren, weil diese Red Cap, die ist ja auch nicht wirklich Limbiscuit gebrandet gewesen. Zumindest am Anfang ist es halt, glaub ich, diese NFL-Geschichte gewesen von, was war das, Nike, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich hab mich das vor allem immer dann gefragt, wenn ich Völkerball oder, mein Gott, wie hieß denn denn Merzfeld mit ihrer Benz, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bei Rammstein hab ich mich das gerade immer gefragt, weil die haben ja nochmal einen schnelleren Blick innerhalb von Deutschland da drauf. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt bei Limbiscuit auch nicht weltweit gerade jede Coverband gescannt wird, zum Beispiel. Aber wir schon. Ja, doch, doch, das ist, also ich behaupte mal, dass Fred Durst uns kennt. Tatsächlich, es gibt, der Rich hat mal ein Video gepostet von unserer Show, also einfach ein Schnipsel, auf seinem Instagram-Kanal. Und Fred Durst hat's kommentiert mit seinen zwei, drei Blitzen. Also, hat eine Zeit lang sich, wenn er irgendwie unterwegs war in sozialen Netzwerken, um irgendwas so zu appreciaten, hat er einfach so Blitze drunter gemacht. Und da hat unser Video auch eins kassiert, das war witzig. Und auch der zwischenzeitige DJ, Franco Carino, hat da auch einen Beitrag von uns mal geliked, als wir irgendwann mal ein Promo-Video geteilt hatten bei Facebook. Das muss doch geil sein. Das ist ganz cool, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, das überzubewerten. Also, wenn ich jetzt Fred Durst sehen würde und ich würde dem das erzählen, würde ich nicht davon ausgehen, dass der jetzt sagt, ah ja, alles klar, die sind das. Ja, okay, okay, aus dem Blickwinkel glaube ich das auch, das stimmt. Ich habe mal die Ärzte, die haben, ich weiß nicht, die machen das in aller Regelmäßigkeit ja immer diese E-Mail-Aktionen, dass Farin Urlaub so alle zehn Jahre oder fünf Jahre, zehn Jahre wäre vielleicht ein bisschen too much, der immer so einen E-Mail-Account reaktiviert. Und dann hast du zehn Tage Zeit und kannst ihm E-Mails schreiben. Und die, die der so am spannendsten oder am interessantesten findet, die beantwortet er dann auch ausführlich und lang. Und das ist mir tatsächlich mal passiert, weil ich ihn einfach über so eine B-Seite ausgefragt habe, die ich so richtig geil fand, die die nirgendwo veröffentlicht haben. Ich glaube, das war sogar sein Solo-Ding. Und habe ihm dann am Ende gesagt, so, ich will jetzt nicht der sein, der dich unbedingt darüber bittet, das Ding irgendwo auf Spotify zu hauen. Aber schlecht wäre es auch nicht. Und er hat dann drauf geantwortet, auch mit so einem Zwinker-Smiley am Ende, meinte er, er hat sich bedankt, dass ich mich so voll mit dem Song auseinandergesetzt habe. Und so in dem letzten Satz stand dann, ach ja, und guck doch mal auf Spotify, Zwinker, Zwinker und so. Und dann war am nächsten Tag auf einmal das Lied bei Spotify. Das fand ich schon ganz geil, weil es da wirklich um so eine B-Seite geht. Am Ende habe ich mich dann aber auch gefragt, saß da jetzt dein Manager oder war er das? Also das kannst du ja eigentlich nie wirklich wissen. Aber tatsächlich wäre eine meiner Fragen gleich gewesen, ob ihr schon irgendwie mal mit Limp Bizkit dann in Kontakt gekommen seid. Aber dann war das wahrscheinlich der engste Zusammenprall mit Fred Durst und Co. Es gibt da noch einen engeren Zusammenprall, witzigerweise. Die Anekdote kann gleich The Rich bringen. Ich habe extra hier im Video gezeigt, dass er die Klappe halten soll, weil ich das hasse, diese Geschichte zu erzählen. Aber es ist im Internet und du kannst eh nicht drumherum. Was soll ich sagen? Ich war 2009 bei Rock am Ring und ja, ich war damals mit meinem Trummer von meiner eigenen Band, meinem damaligen Trummer, unterwegs. Wir haben halt gewettet, wer auf die Bühne kommt. Und das war, witzigerweise war dann auch Joko und Klaas noch vorne in der ersten Reihe. Dem habe ich auch noch gewettet. Er hat gewettet, dass, Joko hat gewettet, dass er die Red Cap von Fred Durst klauen kann. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut, ich werde, dass ich auf die Bühne komme und am Ende habe ich gewonnen. Ja, also es ist, das Ding ist halt, ja, es ist halt ewig her, ne. Es ist ein bisschen peinlich so. Das ist die ganze Zeit die Hände an den Eiern, weil mir die Buchs rutscht und so. Aber es ist auch irgendwie lustig. Ja, also damals fanden das alle ziemlich cool. Ich fand das auch ziemlich cool. So, ähm, es war damals halt, man muss ja auch sagen, ne. Also man muss sagen, ich meine, damals war ich ja jung und so. Damals war, ich meine, wir haben ja alle angefangen mit so Musik. Auch als ich angefangen habe, Musik zu machen, war das auch so die ersten Sachen, die wir gecovert haben, weil wir so gefeiert haben. Und da war das natürlich schon so ein Fanboy-Moment. Und ja, das war dann schon, glaube ich, damals eine coole Sache. Also ich finde das Kuriose dabei ist, auch so im Sinne von, wie sich Wege kreuzen generell. Und dass die Erde irgendwie ein Dorf ist. Oder vielleicht auch Deutschland ein Dorf ist. 2009, als das passiert ist, hatte ich mich mit Gitarristen von meiner alten Band, in der ich gespielt habe, ist jetzt nicht die Vorgängerband von unserer, sondern eine andere. Hatten wir eigene Metal-Cross-Songs gemacht zu der Zeit. Hatten wir uns getroffen, die Show zusammen zu gucken, weil das war einer der ersten Auftritte überhaupt noch mal, nachdem sich die Band mit Wes Borland wieder vereinigt hatte. Das hatten wir damals in meinem Jugendzimmer, hatten wir das geguckt. Also war ein mega geiler Vibe, einfach das zu schauen. Es war auch eine mega geile Live-Show. Ich würde sagen, auch eine von den besten aufgezeichneten Biscuit-Shows überhaupt. Ich erinnere mich noch daran, dass ein von Nelson kam und auf einmal stehen da so zwei komplett abgefuckte Typen auf der Bühne. Und einer davon im gelben Kapuzenpulli, so gut wie keine Haare mehr auf dem Kopf. Und das ist so richtig krass silberne, ich weiß nicht, silbernglänzende Baggies waren das, glaube ich. Und wir haben uns anguckt und meinte, ach du Scheiße, was sind das für Vollgesowskis, die da rumhampeln. Und haben uns darüber kaputt gelacht, auch was für Moves die gemacht haben. Also man hat gesehen, dass die halt hacke dicht sind einfach. Ja, aber wir waren noch drei Tage wach und haben das halt gestanden. Das muss man auch fairerweise sagen. Ja, und da muss man sich aber vorstellen, das war 2009. Und dann, also wir haben das auch erst, ich habe den Rich erst später kennengelernt. Dadurch, dass er in der, also er ist aus dem Saarland, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Und man hat schon sich irgendwie, gerade in der Zeit, wo wir auch in eigenen Bands Musik gemacht haben, hat man einfach so schon gewusst, wer man ist. Ja, also der Großraum Rheinland-Pfalz plus Saarland ist ja nicht so riesig. Aber wir hatten nie persönlichen Kontakt. Und ich weiß, das erste Mal persönlich aufeinander getroffen sind wir in Köln auf einem Biskuit-Konzert, als er versucht hat, Fred Durst eine von seinen, eine CD von seiner Band auf die Bühne zu werfen. Ja, aber dann kam es, dann nochmal sind fast drei Jahre vergangen. Das war 2014, die Show in Palladium in Köln. Und dann hat es sich ergeben, dass wir einfach zusammen im Proberaum stehen, zusammen Musik machen. Und dann irgendwann in Monaten drauf, hat er irgendwie aus dem Nichts diese Story rausgeholt. Und ich habe mich direkt daran erinnert, dass ich das damals im Fernsehen gesehen habe. Und meinte mal, Alter, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das warst du. Und ich fand es so krass, dass sich so die Wege kreuzen. Also für alle Hörer, die sich das auch reinziehen wollen, einfach Rock am Ring, Nimbiskuit Rock am Ring 2009 Full Set suchen. Ich glaube, es ist bei Minute 44 irgendwas oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es ist bei Full Nelson auf jeden Fall. Und das muss ich einfach so raushauen, ohne dich jetzt bloß stellen zu wollen. Ja, es gehört dazu. Kann man nicht, kann man, kann es sich nicht weignen. Also ich, dazu muss ich auch eine Geschichte erzählen, weil die ist mir wichtig. Die erzähle ich immer sehr gerne, weil das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Gerade mit dieser Nimbiskuit Tribute-Band. Ich hatte mal ein Gespräch nach einer Show mit vielen jungen Menschen, die auf unserer Show waren. Also so eine Gruppe von zehn, etwa zehn, achtzehnjährigen Leuten. Und die haben uns, die waren auf dieser Nimbiskuit Tribute-Show. Und ich so, hey, was soll denn das? Warum geht denn die auf eine Nimbiskuit Tribute-Show? Überhaupt auf eine Tribute-Show zu gehen, ist ja schon ein bisschen komisch. Aber ihr seid ja, ihr seid 18 Jahre. Was soll das denn? Und sie so, ja, wir feiern das, wir feiern das, wir finden das mega cool. Wir spielen auch selber Instrumente. Ja, das ist ja mal mega geil, weil ich habe das Gefühl, dass so wenig Leute in der Musikszene nachkommen, die jung sind. Und dann einfach mal gefragt, warum macht ihr das nicht? Und ich habe dieses Gespräch auch später mit einigen anderen Leuten geführt. Und sie so, ah ja, wir trauen uns nicht, weil wir sind zwar, wir sind noch nicht gut genug. Und wir haben Angst, dass es für immer im Internet bleibt. Und dass das dann halt cringe ist. Und da habe ich gesagt, ey, dem habe ich dann auch das Video gezeigt oder gesagt, guckt euch das an. Das ist das Cringeste, was du überhaupt machen kannst. Ich habe einfach es mit besserem Kram überspült. Ja, also natürlich, klar, wenn dann mal jemand mit meiner Band beschäftigt, wenn er sich sehr, sehr stark mit beschäftigt wird, oder auch irgendwann auf meine Triple-Band kommen und dann vielleicht irgendwann darauf, dass ich bei Limp Bizkit auf der Bühne war. Aber dann ist vorher, hat er schon so viel coolen Kram gesehen, dass er den Cringe lächelnd da verzeihen kann. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Also, die Moral von der Geschichte ist, das ist kein Grund, irgendwie nicht anzufangen mit der Musik. Also, falls irgendein jüngerer Hörer das hört, dann möge er sich dieses cringige Video angucken und wissen, dass ich jetzt mit der Musik zumindest ein bisschen Geld verdiene. Und dass man sich dann nicht daran so aufhalten soll, an der Angst, cringe zu sein. Das gehört dazu, gerade am Anfang. Dieses Cringe-Ereignis wird auch nur davon übertroffen, über die Verwendung, über die Anzahl der Verwendung. Das war das Cringe jetzt gerade in der Aufzeichnung. Cringe-Barometer schlägt gerade richtig aus. Ja, ich bin Vater, ich darf das. Ich darf jetzt so richtig Daddy-mäßig sprechen. Dad-Vibes. Ja, genau. Aber witzig, da schließt sich der Kreis. Tatsächlich habe ich Limbiscuit 2009 auch gesehen und war ganz vorne. Also, die Chance, dass ich ihn nach vorne gesehen habe, ist relativ hoch auf jeden Fall. Naja, da ich auf der Bühne war, wird sie bei 100 Prozent liegen. Ja gut, die Chance ist auf jeden Fall sehr groß. Okay, ganz kurz nochmal zurück zum Pim-Blitz-Kit-Geschäft. Was ich immer cool finde bei Cover-Bands, und das habt ihr am Anfang ja schon erwähnt gehabt, ist, ihr spielt ja nicht einfach nur ... Genau, deswegen der Unterschied zwischen Cover und Tribute. Das ist eigentlich für mich dann immer der Weg von Cover zu Tribute. Wenn ihr anfangt, auch die Kostüme zu tragen, so die Show zu implementieren. Und was ich mich da frage, ist, jetzt hört der eine mehr Hip-Hop, der andere mehr Metal. Fred Durst, komplett anderer Charakter als Wes Borland zum Beispiel. Und die anderen drei ja auch. Wie viel Schauspiel steckt dann eigentlich in so einer Show? Ist das so mehr so eine Imitation-Show? Oder bleibt ihr am Ende dann schon bei euch und sagt, erst mal die Musik und alles andere ist so on top? Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie 50-50 ist. Da, also, wie schon so zu Beginn geschildert bei dem Entstehungsprozess, hat sich das Ganze ja so rausgebildet, dass irgendwie Limp Bizkit so die Quintessenz irgendwie von unserem Geschmack ist. Und sogar irgendwie so einen Vibe hat, den wir sogar interessanterweise irgendwie persönlich verkörpern. Weil, ähm, ähm, äh, auch in der Band Limp Bizkit und in der Musik steckt viel, was, ähm, was, äh, einerseits natürlich, äh, musikalisch todernst ist. Also, besonders die Instrumentalfraktion und, ähm, wie das, wie das da gebracht ist. Ähm, andererseits aber auch so Ohnmenge Quatsch und, ähm, Selbstironie auch. Ja, was man, ähm, äh, ja, wo man am Anfang erst gesagt hat, ah, Fred Durst, was ist ein Arschloch und überhaupt. Aber eigentlich, ähm, ist es, ähm, ein großer Anteil von dem Ganzen ist einfach rumgealber und, ähm, sich nicht dafür zu interessieren, was irgendjemand denkt. Ähm, absurderweise wurde das später, oder wurde das in der Zeit, als die Band groß wurde, als Kommerzialisierung, ähm, ausgelegt. Äh, aber ich blick auch heute immer noch so darauf, dass eigentlich das Gegenteil, ähm, der Fall ist. Die haben eigentlich was gemacht in so einer Form. Also auch im Vergleich zu anderen New Metal Bands. Vielleicht noch am ehesten mit Korn, ähm, was, äh, wenn man auch das genau, ähm, auf die Personen betrachtet, ähm, sind das Personen, die eigentlich Außenseiter sind, die, ähm, dadurch, dass sie das Außenseiter-Sein einfach so gelebt haben, mit voller Überzeugung, ähm, was geschaffen haben, was irgendwie populär wird. Und das gleich ist bei Limbiscuit, ähm, ähm, der Fall. Also genau, ähm, das Gegenteil von irgendwas, äh, populär, kulturmäßig konstruierten und zusammengecasten. Was witzigerweise bei Linkin Park, ähm, eher die, ähm, Entstehungsgeschichte ist, ja. Nicht hundertprozentig, aber schon eher. Ja, und, ähm, deshalb, also ist ein großer Teil auch, ähm, trotz dessen, dass es letztendlich eine Tribute-Band ist, ähm, ist viel, viel real dabei. Also wie wir das machen und was wir machen und auch warum wir das machen. Ähm, auf der Bühne selbst ist es natürlich schon, ähm, ein Stück weit Schauspiel, ähm, ähm, weil, äh, Stage-Acting ist immer zu einem gewissen Grad Schauspiel. Also, ähm, man macht nicht immer das, ähm, zu einem Song, was passend ist, was man dann vielleicht gerade hundertprozentig fühlt. Und auch, ähm, gerade die Maskerade, die ich mache, um Wes Borland darzustellen, ist, ähm, natürlich ein komplettes Schauspiel. Also wenn ich jetzt das vergleiche mit, ähm, wie ich mich, äh, wie ich mich gebe, im Gegensatz dazu, ähm, zu meinen alten Metal-Core und Hardcore-Bands und so weiter, ja. Da, ähm, bin eben, also, da habe ich einen ganz anderen Vibe und, ähm, bewege mich ganz anders. Und sogar, das, ähm, die Outfits machen Unterschiede. Also ich habe jetzt, jahrelang hatte ich, ähm, einen bestimmten, äh, Outfit-Stil, den ich möglichst nah an, ähm, an einem, ja, einem möglichen Wes Borland-Kostüm angelehnt habe. Mit so ein paar Trademarks optisch. Und, ähm, hab das jetzt gewechselt. Ich habe jetzt ein Outfit, was, äh, angelehnt ist an das, äh, Wes Outfit von, ich glaube, 2016 bei der Tour. Da hat er so, sieht aus wie so ein abgefahrener Tourist, ja, mit, ähm, so ein, mit einem Hawaii-Hemd. Und mit einem Strohhut und so ein Kram. Ja, und da drunter hat er noch Cowboy-Stiefel. Ja, und das ist also ein, ein, ganz anders als diese eher, ähm, äh, unheimlichen Charaktere, ja, die er auch manchmal verkörpert. Und, ähm, ich hab, also, ich merke das, ähm, je nachdem, was für ein Outfit ich anhabe, benehme ich mich einfach auch anders auf die Bühne. Ähm, was aber auch schön ist, ja, weil, ähm, das, wenn wir eine anderthalb Stunde oder zwei Stunden spielen, dann ist das, ähm, wirklich so eine, äh, komplett andere Welt. Also, ähm, ich kann irgendwie, ähm, da eine Facette von mir reinbringen, die ich sonst, äh, gar nicht hab. Also, zum Beispiel Karneval, ähm, ist so gar nicht mein Ding. Aber, ähm, gerade hier bei der Bandsache ist es irgendwie eine coole Sache, sich zu kostümieren. Und da einfach mal was anderes zu sein, ähm, was aber auch irgendwie einem Zweck dient, äh, hinter dem er auch komplett steht. Also, ähm, das ist wirklich, ähm, die, also das, das Reale und das Schauspiel sind bei uns sehr, sehr fließende Übergänge, würde ich sagen. Das Problem, das Problem bei der Fred Durst-Geschichte ist, das ist halt mein Nemesis, ne? Also, das ist halt, ähm, ich hab jahrelang versucht, das abzulegen, ähm, weil ich mit dem Cover angefangen hab, meine Stimme sehr gut dazu passt. Ähm, das ist einfach ein Schuh, der passt. Und, äh, ich mein, so bin ich auch in diese Band gerutscht. Ähm, aber es war mir auch immer wichtig, halt meinen eigenen Style zu entwickeln. Allerdings hat skurrilerweise der Beitritt in diese Band dazu geführt, dass ich mit meiner eigenen Musik viel besser meinen eigenen Style entwickeln konnte. Und diese Seite halt dann in dieser Limp Bizkit Tribute Band, äh, ausleben konnte. Und das ist das eine. Also, das ist schon so eine, ähm, so eine, ja, das ist eher so eine Abtrennung von meinem Nemesis, für die Leute, die das unbedingt haben wollten, immer. Äh, das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, es gibt dieses anarchische Gefühl, und ich bin da süchtig danach, ich hab diese sadistisch-anarchische Seite in mir, die, äh, Fred Durst ganz, ganz, also für mich ganz klar verkörpert. Also, dieses, also, es ist ja dieses extrem Destruktive, was da drin ist, ähm, aber auf eine, in konstruktive Bahnen geleitet. So, und das, äh, das fühle ich schon. Also, das finde ich, ist eine gute Sache. Und ich merke auch immer, was das für Gutes, für Gutes in den Menschen hervorruft. Und das kann ich sehr gut verkörpern, weil das auch in mir drin steckt. Und das, ähm, ja, das ist vielleicht was, um den Bogen zurückzuspannen, was, äh, was, äh, der Andi eben gemeint hatte mit dem, ja, Fred Durst ist ein Arschloch und so. Ich denke, das ist das, was da bei den Leuten ankommt. Ähm, dieses Destruktive, Anarchische. Ähm, und das ist, ähm, ja, ich denke, das ist eine gute Sache in dieser Kanalisation. Und das, ähm, ja, das fühle ich schon. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich hasse diese Kappe. Also, ich, ich bin absolut kein Kappenträger. Also, vor allem diese engen, das ist das, da kriege ich mal Kopfweh von. Ähm, und das ist natürlich das Outfit, was, Outfit, was er trägt, ist natürlich super hässlich. Und ich bin sehr eitel. Das ist natürlich, äh, immer tragisch. Aber, ähm, ja, an sich ist das, also, ich liebe es auch, mich zu verkleinern. Ich habe ja eben auch schon gesagt, mit dem, dem Lapen und so, das ist einfach, wow, das ist einfach auch eins meiner großen Leidenschaften. Und, ja, wie Andi auch gesagt hat, ja, dann ist man halt in einer anderen Welt, das ist auch cool, ja. Das mit der roten Kappe kann ich nachvollziehen, weil damals habe ich mir die extra aus den USA einfliegen lassen, weil es auch nicht, ich glaube, da gab es auch gar kein Amazon oder so, keine Ahnung. Und die war mir viel zu klein. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Wasserkopf, als ich die, ganz ehrlich, so ein Wasserkopf, als sie die angehabt hat. Ich glaube, ich habe die zweimal in meinem Leben getragen und danach ist sie einfach in der Kiste verschwunden. Naja. Also, ähm, mir ist noch dazu einfallen, generell bei diesem Thematik Schauspiel und Realität und so weiter. Ich glaube, dass es gar nicht so viele Tribute-Bands gibt, die die Frage so beantworten können wie wir. Ich habe mitbekommen, also ganz oft hat man auch, dass Tribute-Bands sich formieren, irgendwie mit dem Ziel, komm, wir machen jetzt irgendwas, was populär ist und versuchen das irgendwie auf die Schiene, irgendwas zu erreichen, ja, und da irgendwie einfach nur das bekannte Vorbild, das man dann covert, irgendwie zu melken, ja. Und, ähm, da, ähm, ist auch unsere, ähm, Story hinten dran ist ganz anders. Und, äh, ich denke, das merkt man auch im Umgang, äh, oder im Band-Gefüge, ja, ähm, da, äh, gibt's nicht die eine Person, die das irgendwie ins Leben gerufen hat, weil die jetzt gesagt hat, ähm, hier, ich will jetzt, ähm, ich mache jetzt die Tribute-Band zu Band XY, weil, ähm, das gibt's noch nicht und, ähm, ich suche mir jetzt meine Musiker, die das können und dann machen wir da irgendwie, äh, einen fetten Reibach oder sowas. Ähm, das ist bei uns tatsächlich komplett anders und, ähm, ich finde auch den Rahmen der Tribute-Band ist, ähm, es sorgt dafür, dass das ein unheimlich entspanntes und schon fast meistens zumindest urlaubsmäßiges Miteinander ist, weil, ähm, der Rahmen ist abgesteckt, also das Ziel ist klar, wir versuchen hier nicht das Rad neu zu erfinden, sondern wir versuchen, ähm, das Limp Bizkit-Rad so rund wie möglich, ähm, zu machen, sodass es halt, ähm, dem Original so weit wie möglich gleicht. Und das ist ein großer Unterschied und auch eine große Erleichterung im Gegensatz zu, ähm, ja, äh, dem, ja, ja, müßigen Miteinander-Songs schreiben, sich wirklich kreativ krass auseinandersetzen, ja, ähm, welche Version von einem Song wird's jetzt final, ähm, wir müssen einfach nur gucken zusammen, welche Songs der bestehenden, äh, aus dem bestehenden Biscuit-Repertoire übernehmen wir in unseres. Ja, ja, das Drama fällt weg, ne, also das, das Drama, was du mit der eigenen Musik hast, das, das fällt weg, was, äh, halt, am Ende ist es halt diese Bromance, die übrig bleibt, ähm, und das ist extrem, extrem wertvoll und sehr, sehr schön. Das überträgt sich bestimmt auch auf die Leute, die euch dann sehen, oder? Also die spüren das 100 pro, würde ich mal sagen. Also es gibt ja so Bands jetzt, also ich kann das wirklich nur aus jetzt 20, 30 Jahren Fan-Dasein so, äh, erzählen, aber ich, ich meine schon von mir behaupten zu können, dass ich wahrnehme, wenn Bands auftreten, die das wirklich wie einen Job machen, wo du merkst, die, die treffen sich wirklich nur und verrichten da ihre Arbeit und wo es auch schon Reibereien vorher gab während so Studioaufnahmen oder wo es, wenn Truppen zusammenkommen, wo du wirklich merkst, da stimmt der Vibe, die kommen vielleicht auch wirklich aus, teilweise vielleicht sogar eher Freundschafts- und Bekannts-, äh, Bekanntschaften heraus, haben die sich erst formiert und so und ich hab das zuletzt so krass festgestellt bei, Naja, Electric Cowboy würde ich jetzt, also da auch, aber die wollte ich jetzt, die meinte ich jetzt gar nicht. Ich glaub, das war bei Swiss und die anderen, ähm, die ich mal gesehen hab, da hatte ich auch so das Gefühl, die kennen sich teilweise seit Ewigkeiten, weil die ganz anders auch miteinander auf der Bühne so interagieren. Äh, und es wirkt jetzt, also es ist jetzt ein bisschen zu hart der Begriff, aber das wirkt dann nicht so krass übergestylt, sondern da merkt man einfach, die Leute haben Bock. Absolut, ja, ich bin, ich bin, da bin ich ganz, ganz auch überzeugt davon, egal bei welches Projekt du machst, ähm, das ist dieser Funke, ähm, also ich nenne es mal Funke, der überspringen muss und du kannst so viel schauspielern, wie du willst, ähm, das ist, das merken die Leute immer. Ähm, und wenn du wirklich den Funken überspringen lassen willst, dann muss das Gefühl stimmen. Ja, das ist, das stimmt, stimmt völlig und, äh, ja, das ist bei uns definitiv der Fall. Aber du wirst es selbst nächste Woche dann beurteilen müssen. Ja, auf jeden Fall, da gibt's eine Review. Nein, Quatsch, aber ich bin auf jeden Fall da. Eine Frage hätte ich noch zu, zu diesem ganzen Drumherum, jetzt haben wir über Kostüme, Masken, über die Kappe und so weiter schon gesprochen. Macht ihr das alles alleine? Oder steckt da, also wie groß ist die Crew um die Band herum sozusagen? Ähm, die Crew um die Band herum, ähm, das kann man wirklich, ähm, an weniger als eine Hand abzählen. Ähm, alles, was man auf der Bühne sieht und was, ähm, für die Band passiert, passiert, ähm, durch uns fünf. Ja, also die, die auf der Bühne stehen und zusammen Musik machen. Und, ähm, ja, es gibt, ähm, also außerdem gibt's natürlich noch immer einen Tontechniker, ähm, der dabei ist, ja, aber, ähm, das beschränkt sich eigentlich dann auf die Shows. Ähm, also, ähm, es ist auch ein Freund von uns, der das macht, beziehungsweise jetzt, ähm, zwei Freunde, die sich abwechseln damit und, ähm, die wir auch schon näher kennen. Ähm, aber alles, was an Outfits, an Bühnengestaltung, an Equipment, ähm, auch an Modifizierten halt auf der Bühne ist, ist alles so von uns, ähm, ähm, er, ja, er dachte nicht, aber zumindest kopiert und, ähm, auch gebaut. Stark, okay. Ja, ich musste eben, eben dachte ich schon Respekt an den DJ, dass er das gar nicht vorher gemacht hat und quasi für das Projekt ja alles draufgepackt hat, wie du es genannt hast. Ähm, finde ich mega interessant. Aber eben auch die Kostüme und so, ne, also gerade jetzt bei Limp Bizkit ist das ja nicht unwichtig, dass dann, ähm, so eine West-Ball-In-Verkörperung und so weiter, das wollen ja Limp Bizkit-Fans dann auch sehen, die zum Konzert kommen. Und, ähm, fand ich mega interessant. Genauso übrigens, äh, interessant fand ich die Entstehung des Namens. Ich hab einfach mal so vorher so ein bisschen recherchiert, äh, zu Limp Bizkit-Tribute-Bands, ähm, die, die natürlich dann auch immer mit auftauchen, sind Biscuit Park. Ich glaub, die kommen aus Belgien, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist aber keine hundertprozentige, äh, Limp Bizkit-Tribute-Band, ne? Genau, die machen, glaub ich, alles, ne? Ne, Neu-Metal-Tribute. Ja, ja, genau, richtig. Und, äh, dann hab ich aber, ich fand einfach witzig, ich bin dann in so ein Rabbit Hole gefallen, was die Namen angeht. Dann gab's da Boiler, Stiff Bizkit, Mad Bizkit, äh, jede Menge Biscuits. Ähm, Disco Elephants fand ich sehr geil, tatsächlich. Mhm. Ich fand immer schade, dass das Blattfad nie, äh, nie, äh, nie aufgetaucht ist. Also Blutfurcht, weil das eigentlich der ursprüngliche Bandname von Limp Bizkit war und den sie umgeändert haben, damit er nicht so schlimm klingt. Soll jetzt die Frage, was schlimmer klingt? Wenn man weiß, was Limp Bizkit bedeutet, aber, ja, sorry, jetzt hab ich dich unterbrochen. Äh, naja, alles cool. Äh, ich wollt eigentlich auch nur wissen, wie ihr euch dann auf, äh, Pim Blitzkit festgelegt habt. Ja, also das ging, äh, seinerzeit auf meine Kappe. Ähm, als wir halt, ähm, dann nach dem Namen gesucht haben. Das war auch eigentlich gar nicht so ein großer Prozess. Ähm, ich bin eh immer ganz gut mit, mit Wortspielen und irgendwie Assoziationen, um irgendwie was, äh, sprachliches irgendwie zu kombinieren. Und ich hab mich dran erinnert, ähm, also immer wieder, weil ich mich gefragt hab, wie der auf den Namen kommt. Ähm, einer alten Band von mir hat mir Fotos gemacht bei, ähm, einem Fotografen, der hat sich Blitzkit-Fotografie genannt. Und, ähm, da hab ich, ähm, ich, ähm, ich fand, es war wichtig, dass, ähm, der Bandname für die Triegel-Band sich zumindest ungefähr so anhört wie das Original, also so vielleicht auf eine zungenbrecherische Art und auch so, ähm, ein bisschen, im besten Fall noch das verkörpert, was es ist. Und, ähm, das Wort Pimp, also zu einem Biscuit, passt, ähm, also passt ja auch, ähm, sinngemäß und für das, was in der Musik drin vorkommt oder wie sich die Band gibt, passt es supergut. Und das Blitzkit ist eigentlich nur, ähm, ein Anhang, der sich anhört wie Biscuit und was auch geschrieben halbwegs so aussieht. Also, es sollte einfach ein Name sein, der nah, ähm, also insgesamt nah an dem Original-Namen dran ist, ähm, aber trotzdem nochmal irgendwie, ja, natürlich anders. Und möglichst ohne das Wort Biscuit noch zu verwenden und auch limp. Tatsächlich fand ich, äh, bei, bei der Recherche dann noch euren Namen mit am einleuchtendsten und noch am kreativsten dazu. Weil, wie du schon sagst, ne, die Assoziationen sind halt da, ne, ne, gerade dieses Pimp klingt ja eher schon nach 90er, 2000er so oldschool. Gleichzeitig fand, hab ich für mich zum Beispiel Blitzkit eher mit Blitzkrieg, also mit quasi, äh, also, also jetzt nicht wegen Blitzkrieg, oh mein Gott, aber das Wort ist, das ist ja in Amerika und Co., also, das ist ein deutsches Wort, das in Amerika und Co. bekannt ist. Und das hat für mich den Drive zu der deutschen Limp Bizkit-Band, äh, gebracht sozusagen. So, dass, also ... Ah, okay. Ja, genau, das hat so den Bogen für mich da geschwungen. Deswegen dachte ich, ja, okay, da ist, äh, da ist auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall ein paar Gedanken hinter, ähm, ich will, also nichts gegen ... Man versteht immer das, was man verstehen will. Ja, ja, genau. Interessanterweise gibt's aber auch, hab ich auch irgendwann, ähm, rausgefunden, dass es auch eine, äh, ein bisschen bekanntere, äh, Underground-Band, äh, Hardcore-Band aus den USA gibt, die Blitzkit heißt. Also, irgendwie, die, zumindest irgendwie dort national, ähm, ein bisschen bekannter. Ich hab selber beruflich, ich bin jetzt kein Namenserfinder, aber über, über Konzept und Marketing und so hab ich hin und wieder halt auch schon mal mit Namensgebung für, für ein paar Sachen so zu tun gehabt und so. Deswegen fand ich das ganz spannend, so die Herleitung. So, was macht man am besten, damit man noch so ein bisschen unik ist, ähm, aber eben trotzdem man sofort weiß, was man kriegt, wenn man zu euren Konzerten geht. Ähm, ich wollte erst fragen, also das klingt jetzt negativ, aber so meine ich's nicht, ich wollte erst fragen, wie abhängig ihr eigentlich von Limbiscuit seid, weil ich mich gefragt habe, wann sind eigentlich die eigenen Konzerte gefragter, wenn die Band eine ganze Weile offline ist oder wenn die Band gerade so ein richtiges Hoch hat selber? Ich glaub tatsächlich, dass das neutral ist, ähm, Limbiscuit, äh, also, hatten die Hochphase ganz klar Anfang der Jahrtausendwende, ja, und war dann immer irgendwie präsent zumindest, vor allem live und, ähm, deshalb, also man kann ja eigentlich, wir haben uns gegründet 2013 und, ähm, da die ganze Zeit über ja gar nichts albentechnisch bei Limbiscuit ging und auch die Band selbst an einem Punkt ist, an dem, was auch cool ist, irgendwie alles egal ist und die eigentlich nur ihr Ding machen, ja, weil den großen Zenit, die haben schon alles erreicht, was geht und die wissen auch, dass man das nicht nochmal einfach so erzwingen kann, ähm, ist das komplett unabhängig davon, würde ich sagen, ähm, es ist, ähm, eher die Zeit, ähm, mit der, also, je länger wir in Existenz sind, desto, ähm, größer ist eigentlich die Nachfrage nach Shows von uns. Das ist, glaube ich, ähm, so muss man das, glaube ich, aus unserer Sicht zusammenfassen. Das hat erstmal mit einer Handvoll Shows gestartet im Jahr und, ähm, ist dann über die Jahre halt weiter gewachsen. Also, ich sag mal so, wenn wir alle Shows spielen würden, für die wir Anfragen bekommen, dann hätten wir echt im Jahr mittlerweile bestimmt 30 Shows oder so. Aber das bekommt man, ähm, privat bekommt man das, äh, äh, bekommen wir das gar nicht hin. Ja, da haben wir alle, ähm, ähm, äh, auch über Corona haben sich, ähm, äh, ganz viele, also bei uns allen eigentlich, so die, äh, die, 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 die Lebensphase hat sich da geändert. Und, ähm, da stehen andere Dinge im Vordergrund. Und die Band ist einfach ein mega cooles Ding, was, ähm, neben dranläuft. Aber ohne eine Priorität über die, äh, richtig wichtigen Sachen. Auch wenn das nochmal irgendwie, ähm, sich da irgendwie, ähm, ähm, doch ein wichtiger, ein wichtiges Teil ist, was sich da in die Fugen reinsetzt. Und, ähm, ohne das, äh, irgendwie eine Lücke klaffen würde, auf jeden Fall. Ja, verstehe. Wenn, ähm, der Gedanke, der mir dann noch kam, ist, äh, ich bin jetzt, ich bin immer super schlecht mit Zahlen, aber, äh, irgendwann war ja zum Beispiel West Berlin mal nicht mehr an Bord. Ähm, so um die Results May Very Zeit war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war Mike Smith, glaube ich, größten. Also, ich weiß wohl, es gab sowohl im Studio als auch live gab's hin und wieder mal andere Kollegen, die da übernommen haben, aber Mike Smith ist, glaube ich, so der Name, der hängen geblieben ist. Angenommen, ähm, die Band würde jetzt so, weiß ich nicht, Fred Durst austauschen oder, oder Wes Borland. Würdet ihr in die neue Rolle schlüpfen oder würdet ihr weitermachen als eben diese? Also, von meiner Seite wäre ganz klar, dass das, ähm, das klassische Line-Up bleibt. Ja, klar, es ist ja das, die Stimme, die passt, ne? Es ist ja der Schuh, der passt. Und, ähm, ich würde sogar noch so weit gehen, zu sagen, ähm, dass für mich persönlich, ich versuche, Fred Durst zu covern, wie zu der Zeit, als er gut war. Ähm, und dass, äh, ja, man, also, dass ich jetzt nicht glaube, dass man, also, erstmal kann man Fred Durst, glaube ich, nicht ersetzen in der Band, das ist ja wahrscheinlich eh schwierig, aber, ähm, ja, also, wenn, da würde ich eher sagen, es gibt ja viele Tribute-Bands, die, zum Beispiel, keine Ahnung, wie hieß das, was war das, Talika oder so, die sagen, Tribute to the, to the good times oder sowas, wie war das, ne? Die extra alte Songs spielen, ähm, nicht, dass das bei uns so ist, aber ich versuche für mich persönlich den alten Vibe, also diesen energiegeladenen alten Vibe, äh, rüberzubringen, anstatt den alten, den neuen, etwas lustlosen, äh, Vibe, den man ja auch feiern kann. Ich wollte gerade fragen, ich, das, äh, gut, dass du das sagst, weil, ähm, da habe ich auch so meine Probleme mit als, als Außenstehender, sage ich mal. Ich habe Limp Bizkit sowohl damals als auch jetzt gesehen, ich glaube jetzt schon vier, fünf Mal bestimmt, ähm, und ich hatte auch das Gefühl, also, ich bin mir, also, ne, kein, kein Alter-Shaming hier oder so, aber ich frage mich, wie, wie viel Konzept hinter Dead Vibes steckt und wie viel einfach wirklich das das Alter von Limp Bizkit ist. Also, das letzte Mal, als ich die Band gesehen habe, sind die Leute deutlich krasser abgegangen als die Band selber, weil Fred Durst einfach nicht mehr so rumspringt, wie er es früher mal getan hat. Und der Mittelfinger geht auch selten ans Publikum und so weiter und so fort. Kann natürlich alles eine Weiterentwicklung sein oder ein Erwachsenwerden, was bei ihm ein bisschen komisch klingt, weil er einfach schon alt ist. Aber, ähm, habe ich auf jeden Fall auch so wahrgenommen. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das als, als er sozusagen? Würdest du sagen, ist das das Alter oder ist das wirklich Show? Äh, ich würde sagen, Dead Vibes ist einer der ersten Songs seit langem, die ehrlich und richtig, richtig gut sind, weil, äh, sie aus einem Punkt kommen, ähm, ja, die diese Limp Bizkit, ähm, Essenz einfängt, aber halt zu diesem bestimmten Moment, in dem sich diese Personen jetzt befinden. Und das ist diese Selbstironie ist da ganz, äh, kräftig drin. Es ist eben nicht so hart, erzwungen hart, so wie bei den letzten Alben, wo sie immer versucht haben, nochmal auf die alte Energie anzuknüpfen, ähm, sondern es ist genau das, was aus ihnen rauskam. Und es ist, ähm, natürlich ist es ein bisschen selbstironisch, aber es ist trotzdem wahr, das merkt man. Also es ist einfach das, was, äh, eher halt ist. Ähm, es ist eine, und ich kann es jetzt, wo ich jetzt auch Vater geworden bin, vor zwei Jahren, umso mehr nachvollziehen, ähm, weil das auch mir vorkommt, dass Leute zu mir kommen und sagen, nö, deine alte Musik, die war ja viel härter, warum machst du das nicht, warum ist das alles, ey, weil man sich halt verändert. Was soll das? Warum soll ich, nur um dir zu gefallen, schlechte Musik machen, ähm, oder was, auf irgendwas anknüpfen, was früher halt gut war, und das immer wiederholen, das macht es nicht besser. Wenn du die alten Sachen mehr feierst, dann musst du die alten Sachen hören. Oder neue Bands mit mehr Energie, äh, mit mehr Energie, die jünger sind, die halt mehr Energie haben, so ist das halt. Und das ist auch gut so, und, ähm, deswegen habe ich Dead Vibes stark gefeiert, ähm, und auch noch ein, zwei andere Songs von dem Album. Ähm, obwohl ich natürlich sagen muss, dass, ähm, das Album an sich, äh, das schlechtste Album, aber aus anderen Gründen, äh, ist aus der ganzen Disco, 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 Disco-Grafie. Mhm. Das Album heißt ja auch nicht so, das heißt, er still sucks. Ja, ja, das ist, der Name ist Programm, definitiv. Das finde ich mega spannend, äh, über die Alben und über Limbiscuit selber quatschen wir gleich, nerden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen rum. Ähm, Ähm, ich mach ganz kurz den Break und wollte auf die, ähm, Playlist von dem Podcast zu sprechen kommen, den MP3-Player, wo wir einfach, äh, wo die Gäste und ich dann immer so, ja, jeder so ein bis zwei Songs, je nachdem, wie viel er hat, wie er Bock hat, ähm, Songs empfehlen. Und ich würde euch einfach mal den Vortritt lassen, ähm, falls ihr Songs habt, die ihr euch jetzt spontan, die ihr euch vorher schon überlegt habt oder spontan einfallen, äh, die ihr glaubt, dass die Welt sie hören sollte, ähm, dann droppt, dann wäre jetzt die Zeit, sie quasi zu droppen. Ja, darf ich meine eigenen Band-Sachen reinpacken? Ey, solange es euch auf Spotify gibt, hau raus. Ja, naja, pass auf. Oh, das wird morgen Spaß, wie du hörst. Ah ja, von der Band RREP, White Boy Pain und All My Friends Are Incels. Geile Titel. Auf was für eine Musik darf man sich da gefasst machen? Ah, es ist, äh, es ist auch Crossover, also, äh, wie, ich, ich, ich sage immer, wenn mich jemand fragt wie Limbiscuit, nur moderner vielleicht, also modernerer Metal mit modernerem Hip-Hop. Also, der White Boy Pain ist ein bisschen, äh, poppiger, würde ich sagen, und der All My Friends Are Incels ist modern. Und man muss ein dickes Fell haben. In, in, in welche Richtung gehend? Egal. Cool. Ähm, also, du solltest im besten Fall kein Nazi sein, dann wirst du wahrscheinlich echauffiert sein. Ja, ganz ehrlich, wenn, wenn du Nazi bist, dann solltest du auch diesen Podcast nicht hören, äh, falsche, falsche, falsche Plattform. Ja, und politisch korrekt solltest du auch nicht sein, dann kriegst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Ey, alles gut. Ich würde einfach mal dazwischen Grätschen einfach schon mal meine nennen. Ähm, das geht nämlich schnell, ähm, weil ich logischerweise sie mir vorher schon überlegt hatte. Äh, und zwar würde ich einfach zwei Bands nehmen, die, glaub ich, auch so aus der Zeit sind, ähm, die, ich, ich, ich nenn das immer die Crossing All Over Songs, weil, äh, früher gab's ja diese, diese, ja, Crossing All Over war, glaub ich, so das The Dome für Rockfans. Also, da gab's die, die Bravo-Hits für Rockfans, das war so eine CD-Reihe, ähm, und da kennengelernt und dann später live auch lieben gelernt, äh, hab ich Fallin. Die fand ich sehr geil, die gibt's leider nicht mehr, haben sich auch nicht so geil entwickelt leider damals, ähm, aber so die ersten einen fand ich ziemlich roh und ziemlich cool. Und da würd ich einfach, ich glaub, ich nehm einfach dieses Who, mit sehr vielen O's und Ausrufezeichen. Und, ähm, der zweite Song wäre Crazy Town, aber nicht Butterfly, sondern Only When I'm Drunk, weil die auch ganz geile Rockdinger eigentlich, äh, so Rap-Metal-Dinger zwischendurch hatten. Und eben nicht nur, äh, Butterfly und Revolving Door. Ähm, ja, das wären meine beiden. Also, ich entscheide mich für Lost Boy von The Midnight, aus dem Grund, weil's ein Song ist, den ich in den letzten Jahren hohen und runter gehört hab, für die letzte Neuerung in meinem Musikgeschmack auch steht. Und dazu Holy Wars von Megadeth, weil das, egal was ich, was zwischendurch noch für Bands kam und, ähm, was für andere Genres, etc., ähm, ist das immer, ähm, wenn ich nach einem Lieblingssong gefragt werde, ist es der Song, den ich nenne. Also, das ist, ähm, nach wie vor, also auch, äh, meine Liebe zu der Band, äh, ungebrochen, ja. Ähm, was eigentlich, ähm, ich glaub, wenn man so, äh, insgesamt mitbekommt, was ich mir über die meiste Zeit so reinziehe, irgendwie erstaunlich sein mag. Aber ja, Megadeth ist, ähm, seit langer Zeit eine Konstante bei mir. Gibt's die eigentlich noch? Ja. Ja, ne? Äh, äh, nach wie vor und, ähm, haben jetzt... Ende, Ende 2023? Hat sich, glaub ich, ähm, nochmal ins neueste Album rausgebracht. Und das ist auch nochmal das, ähm, also, da gibt's auch nochmal gut auf die Mütze. Und auch jetzt, ja, das ist immer die Sache mit dem Alter, das haben wir eben angeschnitten. Äh, leider ist, äh, Dave Mustaine, auch wenn man jetzt stimmlich sowieso sagen könnte, ja, der war noch nie der begnadetste Sänger, ähm, ist, äh, hat leider in den letzten Jahren ziemlich abgebaut, ähm, kommt nicht mehr so hoch. Auch durch überstandene, ähm, 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 Kehlkopfkrebserkrankungen. Aber das ist, ich würd's sagen, seit dem Album Endgame von 2009, würd ich sagen, ist das gesanglich die beste Leistung von ihm. Ähm, und das, find ich, ist, ähm, mega respektabel, ja, ähm, dass er das, ähm, so, ähm, unter den Bedingungen gepackt hat. Und ich find auch nach wie vor, was, ähm, mega respektabel rausbringt, ähm, find ich, ähm, durch die Bank, ähm, auch wenn mir jetzt auch den neuesten, also der Output in den letzten Jahren nicht mehr so super gut, ähm, gefällt, wie jetzt das, was bis Mitte 90er, ähm, rausgebracht wurde, find ich's immer noch authentischer als was, äh, Metallica seit, seit, also der Zeit nach St. Anger gemacht hat. St. Anger find ich ja irgendwie, ähm, also ich bin gar nicht, also ich hab mit Metallica angefangen, aber die haben mich wirklich recht schnell verloren, ich weiß gar nicht warum, ich hab einfach, glaub ich, Heavy Metal nicht mehr so richtig krass verfolgt danach. Äh, mein Bruder dafür umso mehr, der feiert jetzt zwar die aktuelle Platte, nee, gar nicht, da war zwischendurch eine, wo Cyanide und so drauf war, das hat er noch mal so gefeiert, aber irgendwie bin ich mal bei St. Anger hängen geblieben, weil ich fand irgendwie, ich weiß nicht warum, ich mochte das ganze Chaos da. Ja, du hast richtig gemerkt, dass das fast schon menschlich alles nicht so hätte passieren dürfen, aber das macht die Platte auch so irgendwie, ja, besonders, weil du dann halt, das ist so ein richtiger Zeitgeistunfall sozusagen, aber es gibt so vier, fünf Songs da drauf, die ich richtig feiere, auch wenn die gar nicht so klingen wie das, was Metallica vorher und nachher jemals gemacht haben und jemals wieder machen werden vermutlich. Ja, aber genau das ist der Punkt, da bin ich bei dir, das ist nämlich das, ähm, das, was ich an der, weshalb ich sag, das ist die letzte Metallica-Platte, die sich wirklich authentisch anhört. Man kann von der halten, was man will, auch die Produktion mit dieser, ähm, festgezogenen Snare, ja, wo es nur Dong 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 macht, ähm, ja, äh, trotzdem ist das, glaube ich, eine super ehrliche Platte, die einfach das widerspiegelt, was die Band zu der Zeit, äh, einfach war. Und, ähm, was danach kam mit Death Magnetic und Hardwired und auch das Neueste, ähm, fühlt sich für mich zumindest, ähm, nicht so an, als, äh, wäre das wirklich so, sag ich mal, die, also die Quintessenz der Person, die das jetzt zu dem neueren Zeitpunkt irgendwie kreiert haben, ja. Ja, ähm, da sind auch gute Songs dabei, ähm, aber, ähm, vieles ist auch irgendwie, ähm, zu verkopft und noch zu, ähm, zu sehr, äh, darauf, äh, abzielend auf nochmal auf die, ähm, auf alte, vergangene Zeiten anzuknüpfen und das funktioniert so, finde ich nicht. Und das ist auch, glaube ich, deshalb, ähm, was Limp Bizkit gemacht haben mit Still Sucks ist irgendwie auch was Kontroverses, also, ähm, The Rich und ich finden das Album, glaube ich, auch beide, haben wir gesagt, bei der Entweder-Oder-Frage, ähm, ja, als Album irgendwie schlecht, aber mit guten Songs drauf, das muss man dazu sagen. Was aber auch, glaube ich, da dran liegt, ähm, also ich hab das Gefühl, dass das Album irgendwie so eine Compilation aus Songs ist, die, die über die letzten, ähm, äh, das Album kam 2021 raus, ähm, glaube ich, genau, Halloween 21 war das, ähm, was die, ähm, über die letzten zehn Jahre einfach so irgendwie aufgenommen haben und fertig gemacht haben. Ja, eben nicht fertig, genau, da liegt ja der Punkt. Also, oder vielleicht noch nicht fertig. Ja, die Songs sind deswegen schlecht, weil sie nicht fertig sind. Das, das merkt man. Okay, aber ich, ich meine damit, dass sie die halt so finalisiert haben zumindest irgendwie, dass sie die jetzt rausbringen und, ähm, das, finde ich, merkt man. Aber, äh, was ich aber auch durchaus, ähm, als Konzept, sag ich mal, oder, ähm, als Argument für ein Release akzeptieren kann, weil das zumindest ein Stück aus verschiedenen, Phasen ist, die für die Band einfach da waren, ähm, und ich finde auch gut, dass die nett hingegangen sind und haben, ähm, zum Beispiel diese Nummer wie Lights, ähm, da auf das Album gepackt, ja. Ja, ähm, es gab ja, nach Goldcobla, ähm, gab's, äh, ja, dieses, ähm, ähm, Label, äh, Signing mit, äh, Cash Money Records, ähm, dieses Label, ähm, wo auch Lil Wayne und so weiter draus sind. Und da wurden dann auch so ein paar Songs rausgebracht, ähm, die irgendwie gefühlt in so eine Richtung gegangen sind, ähm, wo man das passend machen wollte fürs Label. Vielleicht hatte die Band auch zu dem Zeitpunkt da irgendwie den Eindruck, dass sie nochmal irgendwie so wirklich so durchstarten müssen. Sind aber zum Glück, finde ich, also, ich finde es auf der anderen Seite schade, weil ich gern mehr Limp Bizkit Output gehabt hätte in den letzten Jahren. Aber, ähm, wahrscheinlich für die Band doch den richtigen Weg, ähm, äh, eingeschlagen, dass sie sich einfach da gar keinen Gedanken mehr drum gemacht haben. Ich glaub, die sind da einfach diese Schlägerei zwischen den, zwischen den Label-Bossen geraten. Also, das war ja grad in der Zeit, wo sich Birdman und Lil Wayne die Fresse eingeschlagen haben und dann das Ganze zerbrochen ist. Das ist wahrscheinlich einfach der Grund. Hab ich gar nicht's mitbekommen. Naja, so war das. Da haben sich Cash Money aufgelöst. Young Money, Cash Money hat sich dann gedrennt, ja. Ah, okay. Ja, Timing war auch nicht immer auf der Seite von, von Limp Bizkit, glaub ich, was diese Platten- und Label-Geschichten angeht. Äh, aber tatsächlich, also, gut, ich geh mal von Metallica voll rein in die Alben, weil da, ich hab wirklich wenig Limp Bizkit-Leute um mich herum, mit denen ich mal darüber sprechen kann. Und jetzt haben wir ja schon Still Sucks angesprochen. Tatsächlich teile ich die Meinung von euch. Ähm, hab mich mega gefreut, dass es überhaupt kommt. Also, ähm, und genau, ich würd's auch unterschreiben, es sind, glaub ich, drei, vier Nummern drauf, die ich richtig geil finde. Was ich an dem Album generell mag, ist diese Selbstironie oder Selbstreflexion erfasst schon. Also, ne, dieses Still Sucks und dann gibt's ja diesen Track auch, wo die im Prinzip darüber reden, wie uncool es ist, Limp Bizkit noch cool zu finden und solche Sachen. Genau, das ist der einzige, einer von den wenigen Songs, die geil sind. Ja, genau, genau. Und dann halt so zwei, drei schnellere Nummern, die ich da noch feier, ne. Ähm, also ich finde, ich sag immer, wenn ich dieses Album, über dieses Album spreche, sag ich immer, es klingt so, als hätten wir das Album gemacht. Das hätte sich selber gecovert. Es ist gerade bei den Lyrics, so, dass ich das Gefühl, da sagt er dann nur noch diese Fred Durst-Schlagwörter, ohne Zusammenhang, einfach, einfach zusammen. So, als hätte eine KI das noch geschrieben, weißt du? Ja. Also, es ist so, also, an Lustlosigkeit nicht zu überbieten. Also, wenn du wirklich ein Fan bist, also für mich war das ein Schlag ins Gesicht, als Fan, muss ich sagen. Also, es war wirklich, das war wirklich, es kam wirklich richtig rüber, hingerotzt drüber und so. Also, ich hab's als Beleidigung empfunden. Und, außer eben diese zwei Songs, tatsächlich, ne, Dead Vibes und Still Sucks, weil sich da jemand tatsächlich Mühe gemacht hat. Aber der Rest macht von den Lyrics noch weniger Sinn, als sowieso schon bei Limp Bizkit. Aber auf eine schlechte Art und Weise. Also, auf diese, wie gesagt, als ob man KI geschrieben hätte. Keine Ahnung. Hate aus. Also, ich bin über jedes Limp Bizkit-Album glücklicher als Helene Fischer. Insofern, ähm, hab ich jetzt nicht so das große Problem da gehabt. Ich hab aber auch das Gefühl gehabt, dass die so ein bisschen wieder wie, mein Gott, wie hieß das erste? Free Dollar Bill, glaub ich, Rally. Äh, dass es so wie ein überproduziertes Free Dollar Bill Rally klang, weil einfach hier und da hat er so ein bisschen mehr geschrien. Hier und da waren die Gitarren so ein bisschen auf härter getrimmt. Die Songs, glaub ich, fast nichts über drei Minuten 40 oder so. Ähm, und da hatte ich immer so das, also, so fand ich zumindest. Es gibt vielleicht so zwei, drei Hip-Hop-Nummern da drauf. Die hab ich ehrlicherweise nach zweimal hören, glaub ich, gar nicht mehr gehört. Aber ich hab jetzt eher so Sachen im Kopf wie Pill, Popper, Barnicle und so. Das sind alles so zwei Minuten noch was Dinger, glaub ich, gewesen. Ja, aber das ist eine Sache, die find ich gut. Weil das ist modern und das ist, ähm, das ist eine Sache, da haben sich auch viele drüber aufgeregt. Ja, die Songs sind so kurz. Ich find das eine sehr gute Sache. Das ist eine moderne Entwicklung. Ähm, also man kann das negativ finden, sondern, oh ja, da hat sich jemand einfach keine Mühe gemacht. Auch in Zeiten des Streamings ist es so, wenn du eine Song gut findest, dann hörst du ein 27 Mal hintereinander. Dann ist es so, also ich brauch jetzt nicht ein drei Minuten Intro, weil ich das eh skippe. Weil das, das ist, das fühlt sich halt für mich oft auch an wie, naja, ich fülle jetzt einfach mal die Zeit. Und das ist halt nicht mehr nötig. Also, ich vergleiche das immer gern mit den Lil Nas X Songs, der ist ja auch, der bringt ja auch mal nur Singles raus und die sind alle perfekt durchproduziert und alle geil. Da hab ich dann auch angefangen, selbst so kurze Songs zu versuchen zu schreiben, ähm, weil ich, das find ich eine gute Entwicklung für die Moderne. Ich mein, früher natürlich diese Queen Songs, äh, da hat das Sinn gemacht, weil du dann diese Platten gekauft hast und das im Gesamtplattenkontext singt. Irgendwann, du hast dich hingesetzt und hast diese Songs, äh, auf dem CD-Player im Wohnzimmer gehört und dich darauf konzentriert. Aber jetzt hast du ja, ist das ja, ja, hast, find ich es geiler, wenn ich mehrere kleine Songs hab, die gut produziert. Es ist halt jetzt, das Problem passiert, dass die Songs halt kurz sind, aber trotzdem nicht gut produziert, also. Ja, voll. So, also die beiden Songs, die ich jetzt genannt hab, hab's schon wieder vergessen, Pillpopper war, glaub ich, das eine, das andere war Barnacle, genau, äh, sind tatsächlich doch, äh, also, Pillpopper zumindest war noch so ein bisschen so ein Highlight für mich, weil da kommt, glaub ich, noch mal so ein Breakdown zwischendurch, den ich richtig geil fand. Es ging mir auch weniger um die Länge, sondern einfach um die Art, weil zum Beispiel, äh, auf Gold Cobra hatte ich das Gefühl, die wollen den Chocolate Starfish so ein bisschen reanimieren. Da hatte ich immer das Gefühl, der droppt da seine Keywords die ganze Zeit, ähm, und irgendein Produzent hat da die KI angeschmissen, so, aber, ja, äh, interessant, weil zum Beispiel, weil wir ... Nee, war da definitiv auch schon der Fall, ja, ganz klar. Ja, genau, ähm, weil wir eben über St. Anger gesprochen hatten, aber zum Beispiel, das wär jetzt eine Frage, die ich mir noch notiert hatte, welche Songs für euch underrated Limp Bizkit Songs wären? Ich kenn eure Sets ehrlicherweise nicht, ich weiß gar nicht, wie sehr ihr variabel seid, was die Alben angeht, was ihr live spielt. Limp Bizkit selber sind es nicht, ehrlich gesagt. Also, da hab ich meistens das Gefühl, das ist Chocolate Starfish Plus. Ähm, aber ich find's schon, zum Beispiel, dass, also jetzt, ich dropp mal mein Highlight, äh, ist auf jeden Fall sind die ersten zwei, drei Nummern auf Unquestionable Truth, die ich richtig geil fand. Und das ist aber für mich dieser St. Anger-Vibe gewesen, tatsächlich. Also, das war, hat mich in so einer Stimmung einfach richtig gut abgeholt in dem Moment. Auch, die haben ja so ein Video noch da rausgehauen von diesem, was schon fast nach Blair Witch Project aussieht, so, so mit Handkamera, diese Auftritte da in, in dem, äh, nicht Partykeller, in dem Proberaum. Yes. Äh, äh, und so. Aber, ja, haut mal raus, was sind so eure Hidden Jams? Also, du wirst uns lieben und ich liebe dich, denn es ist auch mein Lieblings-Limp Bizkit-Album und wir spielen The Truth live und wir spielen von jedem Album was. Ähm, jawohl, ja. Und da sind wir auch, äh, sehr stolz drauf und, äh, ja, also The Truth ist, und allgemein ist Unquestionable Truth, äh, Album ist für mich extrem, Underrate ist für mich das beste Limp Bizkit-Album. Aber, wir spielen auch Counterfeit, das ist auch ein, äh, ein geiler Song. Ich weiß nicht, ob der underrated ist, ähm, aber ja. Ja, gute Frage, ja. Ein Klassiker, aber wahrscheinlich jetzt den, den Behind-Blue-Eyes-Fans nicht ganz so geläufig. Ja, skurrilerweise ist, ähm, bei unseren Shows, mal zumindest dann, wenn wir es anspielen, gibt's immer groß Randale, und dann singen sie ja doch alle mit, ähm, bei Behind-Blue-Eyes. Aber, ich glaub, die, die meisten feiern dann doch eher, bei Limp Bizkit eher den harten Kram. Aber, das ist auch nur so mein, mein subjektives Gefühl. Aber ja, also ganz klar, The Truth ist, und das ganze Album, mega geil. Bis heute. Ja, voll. Also, für mich, der underrated Limp Bizkit-Song, ähm, wie aus der Pistole geschossen, kam's in mein Gehirn, ist The One, äh, von The Jocker Starfish. Oh, absolut. Ähm, also, ähm, und was, was ich, ähm, also der ist wirklich ein underrated Song, weil er ist auf diesem Riesenalbum drauf, ja, das erfolgreichste Limp Bizkit-Album mit Significant Other bisher. Ja, und ist ein Song, ähm, von dem er, äh, eigentlich nie was hört, wenn man wirklich über die Band spricht. Und auch von der Band selbst nicht. Ja, also, ähm, ah, wobei, ich glaub 2009, nee, gar nicht, 2001 haben sie es bei dem Rock am Ring auftritt, haben sie es live gespielt. Ähm, da gibt's einen Mitschnitt von, aber das ist schon, ähm, der geht in der Diskographie komplett unter und es ist ein mega geiler Song. Ich glaube sogar, das ist wegen diesem Rock im Park auftritt, weil es auch so cringig war, weil er, weil er diese, äh, dieses Mädel auf der Bühne war, was getan hat und er hat sich extrem falsch und cringig verhalten ihr gegenüber und hat sich noch beleidigt und so, halt wie so Fred Durst, Affe halt, macht und so. Und das war halt, ach, super unangenehm zu gucken. Und, äh, ich glaub, das ist dem einfach, dann einfach, das ist dem sein Cringe-Moment wahrscheinlich, du willst einfach nicht mehr, ist vielleicht für immer negativ, ähm, belastet für ihn, weil er sich da so scheiße verhalten hat. Also, richtig scheiße. Finde ich spannend, weil, äh, ja, geht halt voll unter bei Chocolate Starfish, weil im Bizkit eben auch einfach viel Chocolate Starfish immer spielen. Also, das war mir einmal sogar schon fast too much. Ja, also, ich hab mir auch in den letzten Jahren immer wieder mal angeguckt, was, ähm, was live gespielt wird und, ähm, fand es selbst irgendwie, äh, enttäuschend, dass da irgendwie meistens, trotz Headline-Shows, so elf, zwölf Songs, äh, auf den Setlisten sind, davon manche Songs, die sie anspielen, irgendwie nur halb, ja, ähm, und dann dazwischen noch irgendwelche Cover. Und, ähm, das ist auch ein bisschen was, zumindest ist mein persönliches Ding so, was ich mit, äh, uns, ähm, als Tribute-Band irgendwie so ein bisschen korrigieren will. Absolut, Mann, absolut. Hört sich jetzt auch irgendwie krass an. Da muss ich auch gleich noch was zu sagen. Aber, ähm, wenn wir ein volles Set spielen, dann haben wir eigentlich immer um die zwanzig Songs im Set, plus, minus, ja, je nachdem, wo, wann, überhaupt und was wir im Set packen, aber dann auch wirklich von jedem Album. Ähm, ähm, ich glaub, wir haben nur bei, äh, einer Show in den letzten Monaten, ähm, nicht von jedem Album was gespielt. Und, ähm, das war, weil's auch zusammen, ähm, also, da waren wir eher als, ähm, zweite Band am Abend dabei, mit einer, äh, linken Park-Tribute-Band. Und da haben wir aber auch, ähm, aus Einfachheit halber, damit man die Gitarrenwechsel, äh, nicht so krass, äh, oft gestalten muss, hatten wir The Truth da nicht drin, ja. Ja, ansonsten ist wirklich immer, äh, was von jedem Album da. Ja, sehr cool. Ich, ich, ich muss auch sagen, also, ich, 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 als ich da damals eingestiegen bin bei der Band, hab ich lange mit mir gehadert, äh, aufgrund meiner, ja, Eitelkeit, würde ich sagen, also, dass ich darin meine künstliche, künstlerische Integrität gefährdet sah. Cringe! Aber, ähm, aber es ist, ich finde gerade, gerade bei uns, also ich, ich, ich zum Beispiel, ich würde, ich persönlich, und dabei bleibe ich auch, und das ist mir auch nicht peinlich, und das könnt ihr jetzt cringe sagen, wie ihr wollt, ich würde niemals freiwillig auf eine Tribute-Show gehen, ich, das, das, ich finde das, ich finde das seltsam. Ähm, ich finde sie da die, 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 den, den Sinn nicht, aber bei uns und bei einigen anderen Bands schon, aber zumindest bei uns kann ich es schon stolz sagen, weil, ähm, ich finde, dass wir was rüberbringen, was der Originalband abhandengekommen ist. Und das ist nur, das ist, da ist das, was, äh, was, 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 was Andi sagt, nur eine Sache, also, dass wir auch wirklich nicht nur zwölf Songs spielen, äh, sondern fast das Doppelte. Und, ähm, ja, das hat auch Energie geladen und mit, mit Herzblut. Da ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass das eine Daseinsberechtigung hat, dass ich dann sage, okay, dafür bin ich, bin ich auch stolz drauf, und da finde ich, finde ich auch okay, dass die Leute dann für Geld bezahlen, weil es einfach was ist, was sie sonst nirgendwo bekommen können. Also, es ist einfach, ähm, gibt es, kann das Original einfach nicht mehr liefern. Oder lief, oder könnte es und liefert es nicht. Mhm. Und dann hat es schon, ja, dann, dann fühlt es sich auch, dadurch fühlt sich das für mich dann halt auch besonders gut an, ähm, das zu machen. Und ja, ob das jetzt cringet oder nicht, ist mir auch völlig scheißegal. Also, das ist, ähm, einfach eine, es fühlt sich an wie eine gute Sache. Ich finde das tatsächlich legitim. Also, ich wollte eben schon gesagt haben, dass ihr ja als Tribute-Band, ihr, ähm, klar, ihr macht was, worauf ihr selber Bock habt, aber ihr liefert ja auch so eine Art Fanservice. Also, ne, das hat gar nicht immer nur dann finanzielle Aspekte oder geografische, dass nicht jeder die Zeit oder das Geld hat, sich Limp Bizkit zu gönnen. Aber wie oft kriegst du das von Bands mit, dass die Fans sich wünschen, macht noch mal das, warum spielt ihr nie diesen Song? Und die Stärke, also genau das könnt ihr ja bieten. Also, wo hast du als Fan von Limp Bizkit sonst die Chance, mal so einen Track zu sehen wie The Truth oder was weiß ich, dass du den live noch mal um die Ohren gepfeffert kriegst? Manche Bands machen das halt gar nicht. Und das sind doch eigentlich genau diese Nischen-Pro-Argumente, die dann eben so Tribute-Bands haben, wenn sie es denn tun und eben nicht nur imitieren, äh, finde ich. Also, was macht denn ein Limp Bizkit-Album für euch zu einem guten Album? Aus der Sicht vielleicht auch einfach als Tribute-Band? Also, gerade bei Limp Bizkit, finde ich, macht ein gutes Limp Bizkit-Album aus, dass die komplette Band in der Urbesetzung daran mitwirkt. Und ich glaube, das ist auch, weshalb es nach diesem Ultra-, also nach diesem kometenhaften Aufstieg, ja, von Three-Dollar-Bill bis Chocolate Starfish dann eher so irgendwie so einen Dämpfer gab bei Results Mayberry. Weil eigentlich, wenn man das betrachtet, ist die Entwicklung von Chocolate Starfish zu Results Mayberry eigentlich gar nicht so groß. Aber, ähm, der, ähm, meines Erachtens nach fällt auf jeden Fall dort der West Borland-Effekt mit weg. Also, man merkt, dass die Band da einfach nicht mehr in der Konstellation ist, ähm, wie sie war zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, ich glaube, schon das eine Element hat aufgereicht, um da was so stark zu verändern, dass man irgendwie sagt, ähm, Moment, es hört sich doch eigentlich so an, aber irgendwie ist es das auch nicht. Und, ähm, der Fred Durst-Anteil hat, glaube ich, dadurch, da gab's ein anderes, wahrscheinlich ein anderes Kräfteverhältnis, so auch zwischenmenschlich in dem Entstehungsprozess von der ganzen Musik. Und, ähm, da hat der Durst-Element überwogen. Ich meine, allein, das musst du schon mal bringen als Band, ähm, packst du letztendlich deine eigene Visage als Frontmann auf das Albumcover, ja. Oder auch auf das, die, die Maxi-CD von Behind Blue Eyes, ja, einfach der Ausschnitt von seinen blauen Augen, äh, also, bitte. Ähm, also, eventuell, ähm, hat, ähm, der Erfolg, äh, Fred Durst zu der Zeit einfach nicht so ganz gut getan. Aber, ähm, er hat sich zum Glück auch, ähm, zumindest macht's den Eindruck, als hätte er sich auch über die vielen Jahre danach auch gefangen und sich irgendwie nochmal auf so die Wurzeln zurück besonnen. Also, ja, ein gutes Limp Bizkit-Album macht aus, dass es letztendlich in der Konstellation, in der Urbesetzung entsteht. Das heißt, abgefahrene, ähm, Gitarren mit interessanten Effekten, ja, unkonventionelle Läufe auch, mit, ähm, äh, einer absolut groovenden Rhythmus-Fraktion, ja, äh, sprich Bass und Schlagzeug, und auch, ähm, den bisschen unberechenbaren Gesang, ja, der einmal von Jammern zu, ähm, Geschrei wird, ab und zu aber dann auch dann durchaus melodisch und wirklich sehr harmonisch und auch gut klingend ist, ja, ähm, gepaart auch mit kompletten Abfuck und Ausrastern zwischendurch. Ich glaub, das macht die Kombination, ist es. Gibt es, also, Hand aufs Herz, gibt es Songs, die ihr nicht mehr hören könnt von Limp Bizkit? Weil ihr sie vielleicht, weil, weil vielleicht wirklich, wie, wenn man zum DJ geht und sagt, könnt ihr, könnt ihr nochmal David Guetta spielen? Gibt's da irgendwie so Songs, äh, wo ihr sagt so, ach, bitte nicht nochmal der? Oder vielleicht auch einfach, die ihr auf dem Album einmal gehört habt und gedacht habt, nie wieder? Bruder, wir spielen in der Limp Bizkit-Tribute-Band. Es ist, es ist schwer, überhaupt Limp Bizkit zu hören außerhalb, weil, ähm, dass man schon irgendwann auch tot gehört hat. Mittlerweile, muss ich sagen, geht's wieder, aber es gab nur eine ganze Weile, da konnte ich das überhaupt nicht hören, gar nicht mehr, weil's einfach zu viel war. Wenn du das jedes Wochenende machst, dann ist es einfach irgendwann zu viel. Aber, ähm, oder sagen wir, es reicht, dann hörst du es nicht auch noch nebenher und dann ist es eigentlich jeder Song. Das ist echt interessant, weil bei mir ist es gar nicht so. Also, bei mir ist es gerade, was Musik anbelangt, wenn, ähm, stelle ich ganz oft fest, wenn ich irgendwas mal gut fand, dann finde ich das auch nach wie vor, nach zig Jahren immer noch gut. Und, ähm, zwar teilweise, ähm, hab ich da nicht mehr, ähm, ganz das Feeling, was ich früher vielleicht irgendwie mal dabei hatte, aber trotzdem ist es insgesamt noch als gut, äh, und lieb geworden abgespeichert. Und bei Limp Bizkit geht mir das erstaunlicherweise auch immer noch genauso. Also, ja, es ist jetzt, ähm, äh, ja, über, über 20 Jahre, fast 25 Jahre her, ähm, dass ich angefangen habe, Limp Bizkit zu hören und mir hängen die Sachen nach wie vor nicht zum Hals raus. Ähm, ich hatte zwar auch zwischendurch auch mal eine Phase, wo ich, ähm, sehr selten, ähm, bewusst darauf zurückgegriffen habe, um das zu hören, aber, ähm, ich würde es jetzt niemals, ähm, bewusst irgendwie so skippen und sagen, oh nee, nicht schon wieder der Song, oh, ähm, kotzt mich voll an oder so was. Das kommt tatsächlich erstaunlicherweise gar nicht vor. Eigentlich ein schöner Abschluss für den ganzen Talk. Hätte ich nicht noch diese, diese eine Spotify-Reihe, die ich jetzt mit euch noch eben mache. Und zwar, ähm, äh, Spotify habt ihr beide ja. Ähm, daher würde ich kurz schauen. Ihr kennt ja das Release-Radar vermutlich. Ähm, das, das man einfach unter Neuerscheinungen findet. Und, ähm, da ich immer freitags aufnehme, ähm, jeden Freitag kommen ja dann neue Songs. Das heißt, man kennt die nicht zwangsläufig. Aber der Algorithmus kennt ja seinen User ein bisschen. Deswegen ist da zu hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas drauf, was ihr auch blind empfehlen könntet. Oder zumindest das Risiko eingeht, es blind zu empfehlen. Ähm, deswegen würde ich gerade mal einfach auf die Liste schauen. Und jeder droppt einfach noch einen Song, der auf der, auf der MP3-Player-Liste landet. Aus dieser Liste, aus eurem jeweiligen Release-Radar sozusagen. Wenn ich es noch nicht gehört hätte, ne, dann würde ich jetzt den Applaus von Kai Zett nehmen. Aber ich kenne es schon. Also darf ich, darf ich das dann trotzdem draufpacken? Das, das darfst du trotzdem, klar. Ja, ansonsten habe ich hier noch Paula Hartmann, Ulu Dack und Sorgen. Oh, bei mir ist es aber auch sowas von verrückt durcheinander. Es ist echt richtig verrückt. Ähm, ich habe hier was. Whipped Cream. Bei mir wird angezeigt, unter anderem Freda Siric. Das ist, äh, das ist ein, Oh, das ist ein Rapper, den kein Schwein kennt. Ich habe ihn über Instagram, über eine Seite, die heißt Arschrap, gefunden. Die einfach so richtig schlechten Rap hochlehrt. Das wird mir angezeigt. Unter anderem dann mit Linkin Park. Es ist Pearl Jam drin. Es ist Alpha Wolf drin. Äh, Incubus, Era. Also, oh mein Gott. Also hier ist wirklich Money Boy ist drin. Ähm. Ach du Scheiße. Money Boy ist bei mir jetzt zum ersten Mal nicht drin. Also wirklich, das hier ist gerade von, von, von Death Metal bis zu richtigem Schrottrap und Elektro. Ähm. Ja, das, das Release Radar ist wild. Das ist wirklich unglaublich gut. Das ist der einzige Algorithmus, der wirklich gut funktioniert. Ich habe noch nie darauf, ähm, ich habe, ich war da noch nie drauf, muss ich sagen. Du wirst es lieben, wenn du es jetzt entdeckst. Also Rich, was sagst du an Songs, die du da, ähm, angezeigt bekommst? Ja, also es ist immer, es ist immer interessant. Also ich habe hier Tech9ne, aber Tech9ne ist nicht mehr so gut wie früher. Paula Hartmann, äh, hat ein extrem gutes Album jetzt rausgebracht. Ähm, ist so eine junge Rapperin. Mhm. Ähm, Swiss und die anderen, äh, ja, aber da ist oft auch viel Schrott dabei, muss ich sagen. Das ist dann nicht mal so, dass ich mir alles anhöre, wenn es im Release Radarab drin ist. Missio, sehr geil. Ähm, was ist noch hier? Kai Z halt, ne? Doch, hier ist Money Boy. Siehste mal. Äh, 21 Pilots, warum auch immer. Treppmann, sehr gut. MGK, Machine Gun Kelly. Hactivist, Crooks and Criminals, nicht so ein guter Song. Schade. Ey, ist bei mir auch drin. Ja, aber ist nicht so gut wie die alten Sachen. Schade, schade, schade. Aber es ist immer noch geil. Also es ist instrumental immer noch, immer noch feier. Ja, die Antwort, aber, uch, das ist das, was ich auch nicht mehr hören kann. Das bin mir auch drin. Kendrick Lamar. Sehr geil. Den ich übrigens letztes Jahr live gesehen habe, als überhaupt nicht American R'n'B und Hip-Hop-Hörer. Den musste ich live gucken zwischen Skrillex und Deepesh Mode. Ey, das war auch eine Erfahrung. Uah, okay, das ist eine wilde Mischung, ja. Ja, sonst habe ich hier noch Yellow Wolf und Olivia Rodrigo. Krass. Aber der Algorithmus verrät, du hast einen breiten Musikgeschmack zumindest. Ja, das ist, nehme ich mal als Kompliment. Ja, voll. Nee, also, du würdest, also, meiner sieht so bunt aus. Aber ich nehme definitiv Kite Z rein. Okay, Kite Z. Weil das ist für mich lyrisch bis heute die größte Inspiration ist überhaupt. Also, das ist diesen King, ganz klar. Ja, und das ist auch ein Song mit nur Maxim, den ich sowieso feiere, wie von den drei noch am meisten feiere. Also, unklappig guter Song. Vor allem, wenn man so ein narzisstischer Frontmann ist. Ein Song von einem narzisstischen Frontmann für einen narzisstischen Frontmann. Perfekt. Also, ich kenne von dem, was ich angezeigt bekomme, tatsächlich keinen Song. Ich kann jetzt meine Wahl nur anhand der Band treffen. Wo ich sage, dass es eigentlich immer okay ist. Oder wo ich zumindest guten Gewissens sagen könnte, dass es irgendwie was konstant Gutes ist. Ich würde, also, ich bekomme ja angezeigt, Running von Pearl Jam. Das wäre mein Song eins. Pearl Jam finde ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Es ist eine super coole Band. Einer der interessantesten Bands, die in der Crunch-Zeit so zu großem Ruhm gekommen sind. Hör ich immerhin wieder sehr, sehr gern. Und dann wähle ich noch hier von Error. Slow, Sower, Bleed. Den Song. Error einfach, weil, auch wenn das eine Band ist, die ich sehr selten höre, die Gitarrenarbeit stimmt immer. Und deshalb ist die Band interessant. Also, es ist ein sehr technisches Gefrickel. Und ich glaube, die Songs sind zumindest alle konstant. Wenn auch nicht immer so super interessant. Aber das wäre mein zweiter Song. Kennst du selbst, kennst du Haktivist? Ich kenne Haktivist vom Namen her. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe die mal im Zusammenhang mit Hollywood Undead oder so mal mitbekommen. Die waren mal irgendwann in einem Line-Up von einem Festival, wo ich überlegt habe, hinzugehen. Und ich glaube, ich kenne zwei Songs oder so, die die so big gemacht haben. Aber frag mich jetzt nicht nach dem Titel. Ja, das ist die Band, die eigentlich so einen Durchbruch verdient gehabt hätte. Also, weil als die kamen, die haben, was gerade zu dem Zeitpunkt krass war, Rap mit so Gent kombiniert. Also, in einer richtig explosiven Mischung. Und die waren dann auch bei MLK, Marik Lieberberg, unter Vertrag für Booking. Und die haben Touren gespielt als Support für Slipknot, für Korn, für den Biscuit. Aber leider, also ich hätte da alles drauf verwettet, dass das das nächste große Ding wird. Zumindest auf einem guten Level. Ja. Aber den Durchbruch hat die Band leider nicht geschafft. Auch vielleicht durch einen Besetzungswechsel. Ja, genau. Ah, okay. Solltest du aber unbedingt reinhören. Ja, Mann, also, absolut. Rap plus Metal, hör intensiver rein. Vor allem in die erste EP und das erste Album. Ja, notiere ich mir direkt. Era, das sind die mit Doppel-R, ne? Doppel-R. Ja, genau. Ja, genau. Also nicht wie der Fehler, sondern eh Doppel-R. Genau, genau. Ja, die feiere ich sehr für ein Muse-Cover. Die haben, glaube ich mal, Stockholm Syndrome von Muse gecovert. Auch mit Musikvideo und allem. Richtig. Also, ich bin Muse sehr zugetan. Und das haben die mega geil gemacht. Die haben das halt auf ihre Art gemacht, aber das habe ich schon sehr, sehr gefeiert. Übrigens, dieser Song von diesem Schlecht-Rapper sehe ich gerade den Titel. Ich habe eben nur auf den Interpreten geguckt. Der heißt Legenden der Arschmatrix. Also, ja, vielleicht auch einfach mal für alle, die das hier hören, einfach mal eine Empfehlung. Okay, dann, ich haue einfach nur noch einen Song drauf, weil ihr habt ja ganz gut jetzt schon vorgelegt. Und warum auch immer ich jetzt mir einen Techno-Song rausgesucht habe. Ach so, nee, wegen Deepesh Mode. Genau, also Deepesh Mode, People are Good, super alter Song. Aber ich stehe auch so auf Synthwave. Und Deepesh Mode, Enjoy the Silence, ist für mich einer der besten Songs, die es gibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich arbeite nebenbei für ein Musikmagazin, wo viel Elektro- und Techno-Thema ist. Und People are Good wurde jetzt geremixed von Indira Paganotta. Und die feiere ich dann doch, obwohl ich das sonst gar nicht so krass höre. So eine spanische, ja, Newcomerin kann man schon gar nicht mehr sagen. Ich glaube, die macht richtig Asche im Moment. Und Deepesh Mode jetzt in diesen Tagen hier bei uns, nicht in Düsseldorf, aber in Köln, schließen die diese mega gigantische Tour ab, die jetzt seit zwei, drei Jahren läuft. Mit, ich glaube, zwei oder drei Konzerten. Die machen so einen auf Taylor Swift, wie Taylor Swift in Gelsenkirchen, glaube ich. Und ja, dann haue ich den einfach mit drauf. Ich habe keine Ahnung, wie der klingt, aber Indira Paganotta ist eigentlich, zumindest wenn man elektronische Musik hört, ein selbes Ding. Ja, Jungs, erstmal vielen Dank für die Zeit. Mega cool, dass es geklappt hat. Wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich dann ja in einer Woche. Also ich werde mir auf jeden Fall den Gig mal angucken. Pitcher ist das, richtig? Genau, Pitcher Düsseldorf. Kleiner, aber sehr feiner Laden. Ist unser drittes Mal dort. Unglaubliche Energie. Fatal jedes Mal für meine körperliche Konstitution. In meiner Maske gerade. Zweimal bei beiden Shows kurz vorm Kollaps gewesen. Ich hoffe, diesmal läuft es besser, konditionell. Am 13.04. ist es. Also falls noch jemand, falls der Podcast zwischenzeitlich released wird, 13.04. Pitcher, gibt da noch ein paar Tickets. Also an alle Hörer, fühlt euch eingeladen zu kommen. Und mit den Worten würde ich sagen, vielen Dank. Ja, dank dir, Mann. Macht euch noch einen ruhigen. Jawohl. Und ja, haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.